Abschnitt 1 von Eine Ehestandstragödie Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins Übersetzt von Claire von Glömer Abschnitt 1 Es hatte Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag geregnet. Am Freitagmorgen brach ein matter Sonnenschein durchs Gewölk, doch schon gegen neun Uhr bezog sich der Himmel wieder und eine halbe Stunde später strömte der Regen mit derselben einförmigen Beharrlichkeit hernieder wie die Tage vorher. Ich war in Verzweiflung. Das Schicksal hatte mich seit acht Tagen in das kleine englische Seebad verschlagen und ich hatte noch nichts von dem Orte und der ihn umgebenden Szenerie gesehen. Nichts als den grauen Himmel, ein Stück nassen gelben Sand, das ich vom Fenster meines Gasthauses überblicken konnte und die schwer niederrauschenden Tropfen. Heute beschloss ich, dem Wetter zum Trotze dennoch eine Promenade zu machen. Ich nahm meinen Regenmantel um, setzte eine Glanztuchmütze auf und begab mich hinunter zum Wirt meines Hotels. Ich habe jetzt vier Tage auf das Wetter gewartet, sagte ich. Jetzt will ich nicht länger Geduld haben. Verschaffen Sie mir ein Reitpferd oder einen Wagen und sagen Sie mir, nach welcher Richtung ich reiten oder fahren muss, um einmal etwas anderes zu erblicken als jenes langweilige Stück Düne und den noch langweiligeren Streifen grauen Wassers dahinter, der hierzulande See bedeutet. Der Wirt, ein freundlicher, behäbiger Mann, lachte, aber er versprach mir, sein eigenes Pferd und seinen Wagen in einigen Minuten zur Disposition zu stellen, wenn ich bei diesem Wetter durchaus hinaus müsste. Wohin kann ich aber fahren? fragte ich. Gibt es nicht einen oder den anderen sehenswerten Punkt in der Nähe? Nein, Herr, lautete die trostlose Antwort. Dergleichen gibt es hierum nicht. Nun, so gibt es doch vielleicht irgendein altes Haus, eine Kirche, ein Schloss, einen Park oder etwas Ähnliches in der Nachbarschaft, was sich besehen lässt, fragte ich mit der Hartnäckigkeit der Verzweiflung. Das Gesicht des Wirts wurde nachdenklich. Der einzige größere Familiensitz in der Nähe ist der Rock Hall, sagte er, nachdem er eine Weile mit den Fransen der Fenstergardinen gespielt hatte, und dieser ist längst nicht mehr bewohnt. Also vielleicht eine interessante Ruine oder ein sonst sehenswürdiges altes Schloss, rief ich erfreut. Ich interessiere mich für dergleichen. Bestellen Sie den Wagen und geben Sie mir jemanden mit, der den Weg kennt. Sie würden sich in ihren Erwartungen getäuscht sehen, entgegnete der Wirt, indem er ernst, beinahe finster, den Kopf schüttelte. Der Rock Hall ist weder ein schönes noch altertümliches Gebäude. Sie würden nichts finden als ein uninteressantes, viereckiges, steinernes Haus, das kaum hundert Jahre alt sein mag. Außerdem ist die Besitzung, wie ich höre, neuerlich von einem Londoner Industriellen aufgekauft und zu einer Fabrik eingerichtet worden. Nun, wenn sonst nichts dort zu sehen ist, so kann ich wenigstens die neuen Fabrikanlagen besichtigen, erwiderte ich entschlossen. Es ist ja auch bei diesem Wetter ganz gleichgültig, wohin ich gehe. Aber hinaus in die Luft muss ich. Wie weit ist der Rock Hall von her? Etwa elf Meilen, aber der Weg ist schwer zu finden, sagte der Wirt. Haben Sie niemanden, der mir als Führer dienen könnte? fragte ich. Von meinen Leuten weiß niemand den Weg, entgegnete er. Ich müsste selbst mitfahren, aber... Aber Sie wollen sich nicht der Gefahr aussetzen, tüchtig nass zu werden, fiel ich ihm ins Wort, als er sichtlich verlegen schwieg. Nein, entgegnete er, das ist's nicht. Ich fürchte mich eben nicht vor ein wenig Regenwasser und bin bereit, mit Ihnen zu fahren, wenn Sie es wünschen, aber... Aufrichtig gestanden, ich wüsste nicht, wohin ich weniger gern ginge, als gerade nach der Rock Hall. Warum das? fragte ich neugierig. Es ist eine alte Geschichte, Herr, erwiderte der Mann finster. Als ich jung war, war ich in der Rock Hall in Dienst gestanden, und es kamen damals Dinge vor, an die man sich ungern erinnert sieht. Es war eine hässliche Sache, und ich war mit hinein verwickelt. Diese Worte erregten meine Neugier, und eben war ich im Begriff weiter zu fragen, als der Wirt, der wohl auf meinem Gesicht das Interesse wahrgenommen hatte, dass seine Andeutungen wach riefen, von selbst fortfuhr. Sie dürfen nicht glauben, dass es Dinge sind, deren ich mich zu schämen hätte, sagte er. Im Gegenteil, die Sache schlug zu meinem Vorteil aus. Ja, wäre sie nicht passiert, ich hätte wohl kaum die Mittel gehabt, das Gasthaus zu kaufen, als dessen Besitzer Sie mich jetzt sehen. Handelt es sich um ein Geheimnis? fragte ich. Und darf ich, ohne eine Indiskretion zu begehen, um die Mitteilung der Geschichte bitten? Ein Geheimnis ist's nicht, entgegnete der Wirt. Die Sache kam damals schon in die Öffentlichkeit und ist jetzt gar kein Grund mehr, sie zu verheimlichen, denn von den Menschen, die damit zu tun hatten, leben nur noch zwei, ich und eine andere Person, die sich jetzt in London auffällt. Aber es ist eine lange Geschichte, Herr. Desto besser, entgegnete ich. Wenn Sie mir dieselbe erzählen, so gebe ich meine Fahrt nach Darrowkall auf und bleibe hier. Der Wirt fühlte sich von dieser letzten Versicherung augenscheinlich erleichtert. Er setzte für mich und sich selbst bequeme Stühle zurecht und nach den üblichen Eingangsphrasen begann er seine Erzählung, die ich so viel als möglich mit seinen eigenen Worten wiedergebe. Ich war noch ein sehr junger Mensch, als ich meine erste Stelle als Diener in einem herrschaftlichen Hause einnahm, aber ich hatte mit diesem ersten Platze kein Glück. Der Herr des Hauses machte bankrott, die Dienerschaft verlor, wie alle anderen Gläubiger, einen Teil ihrer Forderungen, und als ich das Haus verließ, trug ich eigentlich keinen anderen Gewinn davon, als den, alle Obliegenheiten meines Berufes aus dem Fundament kennengelernt zu haben. Desto angenehmer und einträglicher war mein zweiter Platz. Ich hatte das Glück, in den Dienst von Herrn und Frau Norcross zu treten, indem ich auch bis zu dem Zeitpunkt blieb, wo ich dies Hotel kaufte und mein eigener Herr wurde. Herr Norcross war ein reicher Mann. Außer Derock House und den Ländereien, die es umgeben, besaß er auch einen umfänglichen Besitz in Yorkshire und bedeutende Ländereien in Jamaika, die damals ein ungeheures Einkommen abwarfen. In Westindien hatte Herr Norcross auch seine Frau kennengelernt, die dort bei einer englischen Familie als Gouvernante lebte. Sie war sehr schön. Er hatte eine heftige Leidenschaft für sie gefasst und sie geheiratet, obwohl sie 25 Jahre jünger war als er. Bald nach der Vermählung kehrte das Ehepaar nach England zurück und ich hatte, wie schon gesagt, das Glück, als Diener in dem Hause einzutreten. Nach drei Jahren starb Herr Norcross, ohne Kinder zu hinterlassen. Er hatte seine Frau sehr geliebt und wünschte ihr auch nach seinem Tode eine möglichst unabhängige Stellung zu sichern, deshalb er letztwillige Verfügungen getroffen, nach welchen der jungen Witwe sein ganzes Vermögen zufiel. Für den Fall, dass sie sich wieder verheiratete, sollten ihre Kinder die Erben sein. Verheiratete sie sich nicht oder bliebe ihre spätere Ehe kinderlos, so fiel das Vermögen nach ihrem Tode an die Verwandten des Erblassers zurück. Meine Stellung wurde durch den Tod meines Herrn nicht verändert. Frau Norcross behielt mich in Dienst, denn ich hatte ihren verstorbenen Gemahl in der letzten Krankheit gepflegt und dadurch einen Anspruch auf ihre Gunst erworben. Außer mir behielt sie von der früheren Dienerschaft nur ihre Kammerfrau, eine Französin namens Josephine. Offengestanden begriff ich die Vorliebe nicht, die meine Herrin für diese Person hatte, deren unstete, stechende Augen mir von vornherein ein Misstrauen einflößten, das sich später hin nur als zu berechtigt erweisen sollte. Indessen will ich meiner Geschichte nicht vorgreifen, sondern die Dinge in der Ordnung zu erzählen versuchen, wie sie passiert sind. Kurze Zeit nach dem Tode meines Herrn machte Frau Norcross eine Reise nach dem Kontinent, bei welcher Josephine und ich sie begleiteten. Wir besuchten unter anderem Paris, Genua, Florenz, Rom und Neapel. In einigen dieser Städte blieben wir mehrere Monate und es fehlte meiner Lady nirgend an Gesellschaft. Die Kunde ihres Reichtums begleitete sie und so konnte es nicht fehlen, dass man sich beeilte, ihr von allen Seiten entgegenzukommen, dass namentlich die junge Männerwelt sie umschwärmte und sich bei ihr einzuschmeicheln suchte. Indessen schien keiner der Bewerber einen Eindruck auf ihr Herz zu machen und als wir nach einer Abwesenheit von zwei Jahren nach England zurückkehrten, war Madame immer noch Witwe und schien auch nicht die mindeste Lust zu haben, ihren Stand zu verändern. Zuerst gingen wir nun nach der Besitzung in Yorkshire, wo sich meine Herrin indessen wenig zu gefallen schien. Wir kehrten deshalb nach Derrock Hall zurück und knüpften hier mit der Nachbarschaft einen sehr lebhaften, geselligen Verkehr an, den Frau Norcross, solange sie an ihren kränklichen Mann gefesselt war, entbehrt hatte. Bei ihrem Besuche in einer befreundeten Familie war es nun, wo sie damals einen jungen Mann kennenlernte, welcher den sehr wenig interessanten Namen James Smith trug. Er war ein großer, schöner, junger Mensch mit langem, glänzend schwarzem Haar und dem dunkelsten, dichtesten Backenbart, den ich je gesehen habe. Dazu hatte er einen kühnen, beinahe herausfordernden Blick und dies und seine vorlaute, kecke Art zu sprechen, machte ihn zu einer ziemlich auffallenden Persönlichkeit. Herr Smith war, wie ich von seinen Dienern hörte, ohne Vermögen, aber er gehörte einer bekannten, guten Familie an und war Gentleman sowohl durch Geburt wie durch Erziehung. Was meiner Herrin an diesem Manne besonders gefiel, weiß ich nicht zu sagen, aber als sie beim nächsten Abschied ihre Freunde einlud, sie zu besuchen, war Herr Smith bei dieser Einladung mit inbegriffen. Wir hatten damals eine lustige, heitere Zeit in Derock Hall und namentlich schien der fremde junge Mann sich bei uns sehr zu gefallen und sich ganz wie daheim zu fühlen. Ich war erstaunt über den vertrauten Ton, in welchem Frau Norcross mit ihm verkehrte und machte in der Stille meine Bemerkungen darüber. Dennoch traf es mich unerwartet und wie ein Donnerschlag, als ich nach einigen Monaten hörte, dass sie sich Herrn Smith verlobt habe und sich demnächst mit ihm verheiraten würde. Ich konnte mir anfänglich gar nicht denken, wie sie zu diesem unbesonnenen, nicht selten brutalen Manne, der keinen Pfennig besaß, heruntersteigen sollte. Dennoch wurde die Heirat kurze Zeit darauf beschlossen und nachdem die Neuvermehlten mehrere Wochen auf eine Hochzeitsreise zugebracht hatten, nahmen sie ihren bleibenden Aufenthalt in Derock Hall. Ich wunderte mich darüber am Anfang, denn Derock Hall war ein einsamer, beinahe düsterer Ort, der zu Herrn Smiths heiteren, geselligen Gewohnheiten und zu seiner Ruhelosigkeit sehr wenig passte, aber ich kam bald dahinter, dass es die Lage der Besitzung, das heißt die Nähe eines Seehafens war, der ihn zu dieser Wahl bestimmt hatte. Er kannte fast nur eine Leidenschaft und das war die, in einer Yacht auf dem Meere zu segeln. Alle anderen Amüsements, wie zum Beispiel Musik, Lektüre und so weiter, waren ihm dagegen völlig gleichgültig. Auf dem Wasser zu fahren, schien ihm ein so über alles gehendes Vergnügen, dass sich fast auf die Vermutung geriet, er habe meine Herrin nur geheiratet, um das zum Ankauf eines eigenen Fahrzeuges nötige Geld in die Hände zu bekommen. Seidem indes, wie ihm wolle, Tatsache ist, dass er bald nach seiner Verheiratung seine Frau aufforderte, ihm eine hübsche Yacht zu kaufen, die gerade damals im Hafen lag. Frau Norcross, oder wie sie jetzt hieß Frau Smith, zeigte anfänglich wenig Lust, auf seinen Wunsch einzugehen. Sie selbst fand wenig oder gar kein Vergnügen an dieser Art von Sport, denn sie litt sehr von der Sehkrankheit, und da sie ihren Mann liebte, so konnte es ihr nicht gleichgültig sein, wenn er sich einem Amüsement hingab, an dem sie nicht teilnehmen konnte, das ihn also fern von ihr hielt. Dennoch setzte ihr Gatter seinen Wunsch durch. Er versprach, niemals ohne ihre Einwilligung zu reisen und niemals länger als acht oder zehn Tage auszubleiben, und schließlich ließ sich meine Herrin, die das gütigste, uneigennützigste Wesen von der Welt war, überreden, ihm das Fahrzeug zu kaufen. Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Während nun Herr Smith seinem Vergnügen nachging, verlebte seine Frau sehr stille Tage in Derock Hall. Die Nachbarn, mit denen sie in geselligem Verkehr stand, wohnten größtenteils so entfernt, dass sie dieselben nur sah, wenn sie von ihnen auf mehrere Tage eingeladen wurde, oder sie zu sich einlud, und in dem nahegelegenen Dorfe gab es nur einen einzigen Menschen, den Frau Smith in ihrem Hause sehen konnte, nämlich den Geistlichen. Herr Miek, so nannte sich der Prediger, war ein sehr eigentümlicher Mensch. Er war noch sehr jung, fühlte sich sehr einsam in seiner Stellung, hatte ein sanftes, melancholisches Gesicht und war schüchtern wie ein Mädchen. Im Ganzen war er ein armer, schwächlicher Mensch und der schlechteste Redner, den ich je gehört habe. Das Einzige, wozu er geschickt hatte, war die Musik. Er spielte sehr gut Violine, und dies Talent war es namentlich, das ihn meiner Herrin wert machte. Sie spielte selbst ausgezeichnet Pianoforte und war hoch erfreut, in Herrn Miek jemanden gefunden zu haben, der sie akkompanierte und neue Kompositionen mit ihr übte. In ihrer Einsamkeit war er allerdings ein Schatz für sie, und der junge Geistliche fühlte sich, nachdem er seine anfängliche Schüchternheit überwunden hatte, in dem schönen Musiksalon von Derock Hall und in Gesellschaft einer so liebenswürdigen und zugleich gütigen Dame nur zu glücklich. So kam es, dass meine Herrin und Herr Miek während der Abwesenheit Herrn Smith sehr viel zusammen waren und miteinander musizierten. Es war das harmloseste, unschuldigste Verhältnis unter der Sonne, aber trotz seiner Harmlosigkeit sollte es die Veranlassung zu all dem Unheil geben, das späterhin hereinbrach. Herr Smith hatte den armen kleinen Prediger von vornherein ganz anders behandelt als seine Frau. Der unruhige, heftige, laute Mann fand den stillen, schwachen, weibischen Geistlichen sehr wenig nach seinem Geschmack und gab sich keine Mühe, dies zu verbergen. Herr Miek hingegen fürchtete sich offenbar vor der heftigen Sprache und den rauen Manieren des Schlossherrn, und so war es kein Wunder, dass er vorzog zu kommen, wenn er die Gewissheit hatte, Frau Smith allein zu treffen. Meine Herrin dachte dabei nichts Böses, sonst würde sie wohl Sorge getragen haben, dass ihr Gemahl, wenn er entweder von einem längeren Spazierritt oder einer mehrtägigen Wasserpartie nach Hause zurückkehrte, nicht so oft den jungen Geistlichen bei ihr angetroffen hätte, wie es in der Tat geschah. Herr Smith schien die Sache anfänglich spaßhaft zu finden und begnügte sich mit einigen, nicht eben zarten Witzen über den unzertrennlichen Gesellschafter seiner Frau. Bald aber nahm seine Stimmung eine andere Färbung an. Er zeigte sich finster und ärgerlich, wenn er Herrn Miek in Derrock Hall antraf, und machte schließlich kein Geheimnis daraus, dass er eifersüchtig war. Er sagte das allerdings nicht mit ganz klaren Worten, aber er zeigte den Zustand seines Innern so deutlich, dass seine Gattin sich nicht darüber täuschen konnte. Frau Smith gehörte indessen zu jenen Frauen, die sich von denen, die sie lieben und achten, sehr leicht leiden und lenken lassen, die sich aber gegen jede Ungerechtigkeit, gegen Druck und Tyrannei, mit großer Heftigkeit auflehnen und verteidigen. Die bloße Vermutung, dass ihr Mann einen entehrenden Verdacht hegen könnte, brachte sie in Feuer und Flamme. Sie wählte das für eine Frau natürliche, aber in diesem Falle verderbliche Mittel, um einen solchen Verdacht zurückzuweisen. Je rauer sich ihr Gemahl Herrn Miek gegenüber zeigte, desto gütiger begegnete sie ihm. Dies führte natürlich zu ernsten Auseinandersetzungen und schließlich zu einem heftigen Zank, dessen unfreiwilliger Zeuge ich war, denn er fand im Garten, dicht vor dem Fenster des Speisesaals statt, wo ich eben beschäftigt war, den Frühstückstisch zu decken. Ich will, was ich hörte, nicht Wort für Wort wiederholen. Um die Heftigkeit der Szene und die beiderseitige Erbitterung zu schildern, wird es genügen, wenn ich sage, dass Frau Smith ihrem Manne vorwarf, er habe sie nur des Geldes wegen geheiratet und halte sich nun so viel als möglich fern von ihr, während er sie zugleich mit einem Verdacht verfolge, der zu nichtswürdig sei, als dass eine ehrenhafte Frau ihn je vergessen und vergeben könne. Er antwortete mit gleicher Heftigkeit und verbot ihr in der entschiedensten Weise, jemals Herrn Miek wieder zu empfangen. Frau Smith dagegen erklärte, dass sie sich der tyrannischen Laune eines Mannes niemals fügen werde, namentlich dann nicht, wenn er ihr befehle, einen achtungswerten Geistlichen zu insultieren, indem sie ihm das Haus verschließe. Herr Smith antwortete darauf mit einem entsetzlichen Fluche, befahl, sogleich sein Pferd zu satteln und sagte, dass er nicht eine Minute länger mit ihr unter demselben Dacher bleiben wolle, dass er aber sie und alle ihre Schritte sorgfältig bewachen lassen werde und dass er, wenn Herr Miek die Schwelle des Hauses noch einmal überschreite, zurückkommen und ihn mit der Hundepeitsche hinauspeitschen wolle, trotz seines schwarzen Rocks. Mit diesen Worten ging er, schwang sich auf sein Pferd und tritt davon, um sich auf seine Yacht zu begeben. Frau Smith behielt ihre Fassung, bis er ihr aus dem Gesicht entschwunden war. Dann brach sie in krampfhaftes Weinen aus und einige Stunden später lag sie mit heftigem Fieber zu Bett. An demselben Abende brachte ein Bote das Pferd des Herrn nach Derock Hall zurück und übergab mir einen an mich adressierten Zettel von seiner Hand. Derselbe enthielt nur die Worte »Packen Sie meine Kleider und übergeben Sie dieselben dem Überbringer.« Frau Smith, mögen Sie sagen, dass ich heute Nacht um elf Uhr absegle, um eine Reise nach Schweden anzutreten. Meine Briefe sind mir postarrestante Stockholm nachzusenden. Ich erfüllte seine Befehle, soweit ich konnte, das heißt bis auf denjenigen Teil, welcher sich auf meine Herren bezog. Man hatte nämlich für sie nach dem Arzte geschickt und dieser befand sich im Hause, als der Zettel ankam. Ich fragte ihn, ob ich Frau Smith die erhaltene Nachricht mitteilen solle, aber er verbot mir streng, ihr etwas davon zu sagen und nahm mir schließlich das Papier ab, um seine Patientin am anderen Morgen selbst von der Sache zu unterrichten. Herr Smith-Bote hatte kaum seit einer Stunde das Haus verlassen, als die Haushälterin des Predigers ankam, um eine Rolle Noten zu bringen. Ich erzählte der Frau von meines Herren Abreise und dem Erkrankten der Lady und kaum hatte Herr Mieg diese Nachricht empfangen, als er in großer Eile und Bestürzung in das Schloss kam, um sich zu erkundigen, was vorgefallen sei. Da er allein die obwohl unschuldige Ursache der unglücklichen Szene war, die am Vormittage stattgefunden hatte, so konnte ich ein ärgerliches Gefühl gegen ihn nicht unterdrücken und dies veranlasste mich, die Grenzen meiner Pflicht zu überschreiten und ihm die ganze Wahrheit mitzuteilen. Der arme, schwache junge Mann wurde anfänglich dunkelrot im Gesicht, dann grau wie die Asche und endlich fiel er hilflos wie ein Kind in einen Stuhl, rang die weißen, zitternden Hände und rief mit trostlosestem Tone, »O William, sagen Sie mir, was ich in dieser unglücklichen Sache tun kann!« »Da Sie mich fragen, Herr«, entgegnete ich, »so werden Sie es nicht übel nehmen, wenn ich Ihnen meine offene Meinung sage. Ich kenne meine Stellung gut genug, um zu wissen, dass ich ein Unrecht begangen habe, indem ich Sie von den heutigen Vorfällen und dem Stande der Dinge hier im Hause unterrichtete. Ich habe getan, was nicht meines Amtes ist, aber glauben Sie mir, Herr, ich würde für meine Herrin durch Feuer und Wasser gehen. Unglücklicherweise hat sie weder Freunde noch Verwandte her, die mit Ihnen sprechen könnten, und so muss ich es tun, auf die Gefahr hin, für einen Unverschämten gehalten zu werden. »Was ich an Ihrer Stelle tun würde, Herr, ist leicht gesagt«, fuhr ich fort. »Statt zu jammern, würde ich nach Hause gehen und zugleich an Herrn James Smith schreiben, dass ich als Christ und Geistlicher nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern ihm beweisen wolle, wie unwürdig und ungerecht sein Verdacht gewesen, indem ich lieber aufhören würde, sein Haus zu besuchen, als dass ich Veranlassung eines Zwistes zwischen Mann und Frau gebe. Wenn Sie das in Ihre Sprache übersetzen und in einer halben Stunde den Brief fertig haben wollen, fügte ich hinzu, so werde ich das schnellste Pferd gesattelt halten und mache mich verbindlich, meinem Herrn den Brief noch vor seiner Abreise zu übergeben. Das ist alles, was ich in der Sache raten möchte. Außerdem habe ich nur, um Entschuldigung zu bitten, dass ich einen Augenblick aus meiner Stellung als Diener des Hauses heraustrat und zu ihnen sprach wie ein Mann zum Andern. Ich muss zu Herrn Mieks Lobe gestehen, dass er ein Herz hatte, obgleich es kein Großes gewesen sein mag. Er schüttelte mir die Hand und sagte, dass er mir für mein offenes Wort dankbar wäre und dass er meinen Rat wie den eines Freundes befolgen werde. Damit ging er nach dem Pfarrhause, um den Brief zu schreiben. Eine halbe Stunde später hielt ich zu Pferde vor seiner Tür, um den Brief abzuholen, aber er war nicht fertig. Herr Mieks war ebenso unschlüssig und ängstlich, wenn er eine Zeile niederschreiben sollte, wie er sich im persönlichen Verkehr zeigte. Ich fand ihn inmitten einer Menge halbgeschriebener und wieder zur Seite gelegten Blätter in Verzweiflung. Es wollte ihm keine Phrase zart und delikat genug erscheinen, aber die Zeit drängte und ich bat ihn, sich zu beeilen, bis endlich nach Verlauf einer andern halben Stunde ein passender Brief zustande kam. Ich schwang mich sogleich damit aufs Pferd und jagte mit verhängten Zügeln davon. Trotz meiner Eile schlug es indessen ein Viertel auf zwölf, als ich den Hafen erreichte und keine Yacht mehr war zu sehen. Sie hatte, wie ich auf meinen Befragen erfuhr, zehn Minuten vor elf die Anker gelichtet und mit dem Glockenschlag den Hafen verlassen. Ich wollte dem Fahrzeug sogleich mit einem Boote folgen und versuchen, es einzuholen, aber es wehte eine frische Brise durch die sternenhelle Nacht und die Schiffer lachten mich aus, als ich ihnen davon sprach, eine schnell segelnde Yacht, die mit Wind und Flut steuerte, und eine Viertelstunde Vorsprung hatte, mit einem Ruderboot einzuholen. Mit schwerem Herzen kehrte ich um und alles, was mir zu tun übrig blieb, war, den Brief nach Stockholm zu senden. Am nächsten Morgen zeigte der Arzt meiner Herrin den Streifen Papier, welcher die Nachricht von Herrn Smiths Abreise enthielt, und eine Stunde später kam ein Brief von Herrn Meek, dass er von allem unterrichtet sei und deshalb auf die Ehre verzichten müsse, Derock Hall zu besuchen. Mich erwähnte er, wie ich späterhin aus der Lady eigene Munde erfuhr, mit großem Lobe, als eines treuen, rechtschaffenen Mannes, der ein gutes Wort zur rechten Zeit gesprochen habe. Die Nachricht von der Abreise ihres Mannes brachte auf Frau Smith übrigens nicht die Wirkung hervor, die der Arzt gefürchtet hatte. Anstatt Kummer und Sorge zeigte sie nur Zorn und Ärger. Wenn ich sie recht beurteile, so war ihr Stolz tief verletzt durch die Art und Weise, in welcher ihr Gatte die Botschaft von einer beabsichtigten Reise ihr zugehen ließ, und in dieser Stimmung musste der Brief Herrn Meeks sie nur noch mehr irritieren. Sie bestand darauf, aufzustehen, und kaum war sie angezogen und aus ihrem Zimmer herausgekommen, als sie mich rufen ließ und ihren ganzen Zorn über mich ausschüttete. Sie nannte mich einen Unverschämten, der sich unberufenerweise in die Verhältnisse seiner Herrschaft gemischt habe, und kündigte mir an, dass sie mich deshalb aus ihrem Dienst entlassen werde. Ich sagte zu meiner Verteidigung kein Wort, denn ich wusste, welche Kränkung ihr widerfahren, und kannte sie zu gut, um nicht zu wissen, dass sie die harten Worte bereuen und zurücknehmen würde, sobald die erste Aufregung vorüber war. Die Folge zeigte auch, dass ich recht hatte. Sie ließ mich noch an demselben Abend zu sich rufen, bat mich, ihr die heftigen Worte zu vergeben, die sie am Morgen gesprochen, und zeigte sich so gütig und sanft, dass man ihr die schwerste Beleidigung hätte verzeihen müssen. Wochen vergingen nach dieser Szene, ohne dass ein Brief von Herrn Smith eingetroffen wäre, und meine Herrin, die sich über dies Verhalten ihres Mannes mehr zu ärgern als zu grämen schien, reiste er endlich nach London, um sich mit Freunden, die ihr nahe standen, zu beraten. Als sie in ihrem Reisewagen durch das Dorf fuhr, hielt sie am Pfarrhauser an, stieg aus und ging hinein, um Herrn Mieke Lebewohl zu sagen. Sie hatte seinen ersten Brief beantwortet, er hatte ihr darauf wiedergeschrieben und sie ihm ebenfalls. Auch in der Kirche hatte Frau Smith den Prediger jeden Sonntag gesehen und ihn gewöhnlich nach Beendigung des Gottesdienstes gesprochen. Einen Besuch in seinem Hause aber machte sie ihm an diesem Tage zum ersten Male. Als der Wagen hielt, stürzte Herr Mieke eilig und in sichtlicher Aufregung herbei, um eigenhändig das Gartentor zu öffnen. Erschrecken Sie nicht, Herr Mieke, sagte die Lady, als sie ausstieg. Wenn Sie gelobt haben, nicht mehr nach Derock Hall zu kommen, so habe ich mich doch wohl nicht verpflichtet, das Pfarrhaus zu meiden. Mit diesen Worten trat sie in das Haus. Die französische Kammerzofe Josephine saß mit mir im Dienersitz des Wagens und ich sah, wie ein hässliches Lächeln über ihr Gesicht flog, als die Lady mit dem Prediger über die Schwelle trat. Und sofern von aller Schuld ich auch meine Herrin und Herrn Mieke wußte, so beklagte ich doch in diesem Augenblicke, dass sie in der Situation, in der sie sich nun einmal befanden, nicht auch den leidigen Schein zu meiden suchten. Sie hatte, wenn es weiter nichts war, doch ihrer Dienerin Veranlassung zu respektwidrigen Gedanken gegeben, und wer konnte wissen, wie viel Übles daraus entstand. Eine halbe Stunde später befanden wir uns auf dem Weg nach London, wo Frau Smith zwei Monate blieb, ohne dass sie etwas von ihrem Manne hörte. Nach Verlauf dieser Zeit kehrten wir nach Derrock Hall zurück, aber auch hier hatte niemand Nachricht von ihm oder seiner Jacht erhalten. Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechs lange Wochen vergingen nun wieder, und aus dieser Zeit erinnere ich mich nur eines Vorfalles, der die Stille und Monotonie unseres einsamen Lebens unterbrach. Eines Morgens nämlich erschien Josephine, nachdem sie ihre Lady angekleidet, totenbleich in der Küche. Nur die eine Wange zeigte einen brennend roten Fleck. Ich fragte, was ihr begegnet wäre. »Was mir begegnet ist?« entgegnete sie mit schriller Stimme und in ihrem gebrochenen Englisch. »Was mir begegnet ist?« »Nun sehen Sie gefälligst meine Wange an, Monsieur William.« »Sollten Sie so lange in Frau Smiths Diensten gestanden haben und das Zeichen ihrer Hand nicht kennen?« Ich verstand einen Augenblick nicht, was sie meinte, aber sie hatte es mir bald erklärt. Meine Herrin, die seit dem Zwist mit ihrem Manne und den Demütigungen, die er ihr bereitete, nicht selten aufgeregt und verstimmt war, hatte diesen Morgen ihrer üblen Laune die Zügel mehr als gewöhnlich schießen lassen. Sie war auf die Frage ihrer Dienerin, wie sie die Nacht zugebracht, den Klagen über ihr elendes Dasein ausgebrochen. Josephine hatte, um ihre Lady zu erheitern, ungeschickterweise eine leicht schadshafte Anspielung auf Herrn Miek gemacht und darüber war Frau Smiths so in heftigen Zorn geraten, dass sie sich nach ihr umgedreht und ihr eine Ohrfeige gegeben hatte. Josephine gestand, die Lady habe gleich, nachdem dies geschehen, auch eingesehen, dass sie sich eines unpassenden Mittels bedient, um eine ungeschickte Vertraulichkeit zurückzuweisen. Sie habe ihre Heftigkeit sofort bedauert und der Beleidigten ein halbes Dutzend Batisttücher geschenkt, um die Sache vergessen zu machen. Ich sprach meine Hoffnung aus, dass Josephine ihre sonst so gütige Herrin, der sie seit mehreren Jahren diente, den Vorfall nicht nachtragen würde. Ich ihr etwas nachtragen, rief sie in ihrer harten, schnippischen Weise. Wie sollte ich das? Gibt sie mir mit der einen Hand einen Schlag, so reicht sie mir mit der anderen ein halbes Dutzend Taschentücher als Schmerzensgeld. Die liebe, gute Dame! Wie könnte ich ihr zornig sein? Dabei warf sie mir einen Blick zu. Es war der boshafteste Blick, den ich je gesehen, brach in ein häßliches Gelächter aus und ging davon. Sie hat später nicht mehr von dem Vorfalle gesprochen, und es schien wirklich, als hätte sie ihn vergessen, aber ich bemerkte doch seit der Zeit eine Veränderung in ihrem Wesen. Sie erfüllte zwar alle ihre Pflichten ebenso sorgsam wie früher, tat ihre Arbeiten mit derselben Akkuratesse, aber sie war stiller als sonst und zog sich mehr von dem Verkehr mit der übrigen Dienerschaft zurück. Sie tat nichts, was mich berechtigt hätte, ihr zu misstrauen oder meine Herren zu warnen, aber ich wurde das Gefühl nicht los, dass es besser gewesen wäre, Frau Smith hätte Josephine zu dem halben Dutzend Taschentüchern noch einen Monatslohn gegeben und hätte sie selbigen Abends aus dem Hause geschickt. Außer diesem kleinen häuslichen Vorfall, der damals sehr unbedeutend schien, obgleich er so ernste Folgen haben sollte, passierte in den sechs Wochen nichts Ungewöhnliches. Zu Anfang der siebten wurde endlich die Einförmigkeit unseres Lebens unterbrochen. Der Postbote brachte einen an meine Herrin adressierten Brief. Ich trug ihn ihr in das Frühstückszimmer und dabei fiel mir das Äußere desselben auf. Die Adresse war offenbar von ungeübter Hand geschrieben. Das Couvert war schmutzig und mit einer Oblate verklebt. Ein Bettelbrief, dachte ich in meinen Gedanken, als ich ihn meiner Lady übergab. Sie nahm das Schreiben in Empfang und hob die Hand auf zum Zeichen, dass sie mir einen Befehl zu geben habe und ich warten möge, bis sie gelesen. Dann öffnete sie den Brief, aber kaum hatte sie die ersten Zeilen überflogen, als sie sich entfärbte. Sie wurde bleich bis in die Lippen und das Papier zitterte in ihrer Hand. Dennoch las sie zu Ende. Plötzlich verwandelte sich aber ihre Blässe in zornige Röte. Sie ballte den Brief in der Hand zusammen, sprang von ihrem Stuhle auf und ging mehrere Male im Zimmer auf und ab, ohne von meiner Anwesenheit Notiz zu nehmen. Nichtswürdiger, 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 hörte ich sie zwar flüsternd, aber dennoch in zornigem, heftigem Tone hervorstoßen. Dann blieb sie mitten im Zimmer stehen. Kann es denn wahr sein? fragte sie noch immer zu sich selbst sprechend. Kann es denn wahr sein? Plötzlich blickte sie auf, sah mich an der Tür stehen und befahl mir mit halberstickter Stimme, sie allein zu lassen und in einer halben Stunde wieder nach ihren Befehlen zu fragen. Ich gehorchte, aber ich hatte bereits genug gesehen, um daraus schließen zu können, dass sie sehr schlimme Nachrichten erhalten haben musste. Was es sein konnte, davon hatte ich freilich keine Ahnung. Als ich später ins Zimmer zurückkam, drückte das Gesicht der Lady noch immer eine sehr starke Gemütsbewegung aus. Ohne ein Wort zu sprechen, händigte sie mir zwei versiegelte Briefe ein. Der eine war an Herrn Miek adressiert, der andere trug die Bemerkung, sogleich zu bestellen, und die Adresse ihres Anwalts in London, der, wie ich hinzufügen muss, zugleich ihr Freund und weitläufiger Verwandter war. Ich trug den einen Brief nach dem Pfarrhause, den anderen nach der Post, und hörte bei meiner Rückkehr, dass ich meine Herrin in ihr Zimmer zurückgezogen habe. Dort blieb sie auch vier ganze Tage lang, ohne dass sie außer ihrem Kammermädchen jemanden sah. Am fünften Tag endlich langte der Anwalt von London an. Frau Smith kam zu ihm in die Bibliothek herunter und blieb etwa zwei Stunden mit ihm allein. Dann klingelte sie nach mir. Setzen Sie sich nieder, William, sagte sie, als ich eintrat. Ich habe so viel Vertrauen zu ihrer Treue und Anhänglichkeit, dass ich mit meinem Freunde und Berater übereingekommen bin, sie in ein wichtiges Geheimnis einzuweihen und ihre Dienste in einer Sache in Anspruch zu nehmen, die für mich über Tod und Leben entscheidet. dies sagte. Ich war so bestürzt von dem, was ich hörte, dass ich kaum wusste, in welchen Stuhl ich mich setzen sollte. Sie deutete auf einen Sessel am Tische, wo sie selbst saß und wollte eben weitersprechen, als Meine Herrin lehnte sich im Stuhle zurück und bedeckte ihr Gesicht mit einem Taschentuche. Der Anwalt begann nach einer kurzen Pause. Sie wissen, unter welchen Umständen ihr Herr das Haus verlassen hat, und ohne Zweifel ist ihnen auch bekannt, dass er seitdem keine Nachricht von sich gegeben hat. Ich verbeugte mich und bestätigte, dass meine Kenntnis der Verhältnisse so weit reiche. einen Brief einhändigten. Ja, Herr, entgegnete ich, einen Brief, der sie sehr aufzuregen schien. Ich will ihnen den Brief vorlesen, ehe wir weitersprechen, sagte der Advokat, aber ich muss sie vorher darauf aufmerksam machen, dass der Schreiber die Beschuldigungen, die er darin gegen ihren Herrn erhebt, nicht durch die Unterschrift eines Namens verbirgt hat. Ich habe Madame Smith gewarnt, nicht zu große Wichtigkeit auf eine anonyme Zuschrift zu legen, und ich tue das auch ihnen gegenüber. Damit nahm er einen Brief vom Tische und las mir denselben laut vor. Man gab mir später hin eine Kopie dieses Briefes, und ich habe sie so oft gelesen, dass ich jetzt im Stande bin, den Inhalt Wort für Wort zu wiederholen. Er lautete »Madam, ich kann es nicht übers Herz bringen, sie in Ungewissheit über das abscheuliche Benehmen ihres Mannes zu lassen. Wenn sie sich über seine Abwesenheit gegrämt haben, so tun sie dies ferner nicht, sondern wünschen sie vielmehr, dass sie ihn niemals von Angesicht zu Angesicht wieder sehen mögen. Ich schreibe in großer Eile, denn ich muss fürchten, beobachtet zu werden, und so fehlt es mir an Zeit, sie auf das, sehr leid tut, dass ihr Mann eine andere geheiratet hat. Ich bin bei der Trauung gegenwärtig gewesen, ohne dass er es wußte. Wäre ich nicht Augenzeuge, so würde ich niemals davon gesprochen haben. Was ich bin, kann ich ihnen nicht sagen, denn ich weiß, dass Herr James Smith nichts scheuen würde, um sich an mir zu rächen, wenn er je erfahren sollte, welchen Schritt auch habe ich nicht Zeit, ihnen genauere Nachricht zu geben. Ich wollte ihnen nur sagen, was geschehen ist, und muss es ihnen überlassen, welchen Gebrauch sie davon machen wollen. Vielleicht glauben sie meinen Worten nicht, weil ich meinen Namen nicht nenne. In diesem Falle kann ich ihnen nur den Rat geben, Herr Smith, wenn er je wieder in ihre Nähe kommt, zu fragen, was er mit Wahrheit gesprochen hat, ihr unbekannter Freund. Ich gestehe, daß ich, so gering meine Meinung von Herrn Smith auch war, dennoch nicht an die Wahrheit der Beschuldigung zu glauben vermochte, die man in diesem Briefe aussprach. Oh Herr, sagte ich, nachdem der Anwalt geendigt, das ist eine Verleumdung, ich kann nicht daran glauben. Das habe ich auch ihrer Herrin gesagt, entgegnete er, in dessen sie behauptet, ich fühle nur zu gut, daß alles wahr ist, sagte Frau Smith hinter ihrem Tuch mit halberstickter Stimme. Nun, wir wollen darüber nicht streiten, entgegnete der Notar. Unsere nächste Pflicht ist es, die Wahrheit oder Unwahrheit dieses Briefes zu beweisen. Ich habe deshalb an einen meiner Sekretäre, einen Mann, der in der Behandlung so zarter Angelegenheiten sehr geschickt ist, geschrieben, daß er ohne Zeitverlust hierher kommen soll. Er ist vollkommen zuverlässig und wird sofort die nötigen Schritte einleiten. Damit kein Irrtum möglich ist, wird es aber notwendig sein, daß jemand, Herrn Smith genau kennt, den Mann begleitet, und ihre Herrin hat sie dazu vorgeschlagen, William. So umsichtig die Nachforschungen nun auch betrieben werden mögen, so sind sie dennoch Aufwand von Mühe und Zeit zu bewerkstelligen. Vielleicht ist eine längere Reise nötig, vielleicht geht es selbst nicht ohne persönliche Gefahr ab, und es ist nun die Frage, ob sie sich aus Liebe und Anhänglichkeit für ihre Lady alledem aussetzen wollen. Ich werde alles tun, was in meinen Kräften steht, um meiner Herrin zu dienen, Herr, sagte ich. Ich fürchte nur, dass ich nicht gewandt genug bin, um von Nutzen sein zu können. Mühe und Gefahr aber sollen mich gewiss nicht zurückschrecken. Frau Smith nahm jetzt das Taschentuch von ihrem Gesicht, blickte mich mit tränen gefüllten Augen an und reichte mir die Hand. Ich faßte diese Hand und küßte sie, um im nächsten Moment über meine eigene Kühnheit zu erschrecken. Ich denke, Sie sind der rechte Mann, William, sagte der Notar, indem er mit dem Kopf vernickte. Sorgen Sie nicht, dass Sie der Aufgabe nicht gewachsen wären. Mein Sekretär hat Kopf genug für zwei. Sonst habe ich Ihnen nur noch zu bemerken, dass der Inhalt des Briefes, den ich Ihnen mitgeteilt, sowie überhaupt die ganze Angelegenheit ein tiefes Geheimnis bleiben muss. Außer uns dreien und Herrn Meek, den Frau Smith brieflich von der Sekretär werde ich, sobald er ankommt, selbst mit der Angelegenheit bekannt machen, und sobald Sie mit ihm das Haus verlassen haben, können Sie auch mit ihm davon sprechen, aber sonst mit niemand. Mit diesen Worten war ich entlassen. Ende von Abschnitt 3 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 4 von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Sekretär des Anwalts ließ nicht lange auf sich warten. Er kam mit umgehender Post, doch hatte ich mich in meinen Erwartungen in Bezug auf seine Persönlichkeit sehr getäuscht. Ich hatte mir ihn nach den Andeutungen seines Prinzipals als einen ernsten, steifen, zurückhaltenden Mann mit schlauem, forschendem Blick vorgestellt und fand einen kleinen, beweglichen, wohlbeleibten Herrn mit einem ansehnlichen Doppelkinn, glänzenden schwarzen Augen und einer ziemlich dicken Nase, deren Färbung auf heitere, gesellige Gewohnheiten ihres Besitzers hinzudeuten schien. Er trug einen schwarzen Anzug und eine weiße Krawatte, nahm beständig Schnupftabak aus einer großen Dose, legte, wenn er im Zimmer auf und ab ging, die Hände auf den Rücken und machte im Ganzen mehr den Eindruck eines lebenslustigen Pfarrers als eines Mannes Mannes der Justiz. Guten Tag, wie geht es Ihnen, sagte er, als ich ihm die Tür öffnete. Ich bin der Mann, den man von London erwartet. Wollen Sie meine Ankunft sogleich melden? Ich werde mich hier niedersetzen, bis Sie zurückkommen. Und, junger Mann, wenn Sie hier im Hause etwas hätten wie ein Glas Ale, so glaube ich wirklich, dass ich das trinken würde. Ich gab ihm Ale, bevor ich ihn meldete. Als er das Glas an die Lippen setzte, blinzelte er freundlich mit den Augen. Ihre Gesundheit, Mann, sagte er, Ihr Ale ist vortrefflich. Sie wissen wohl, dass mein Name Dark ist, nun hören Sie, lassen Sie den Krug und das Glas hier, für den Fall, dass ich warten müßte. Ich tat, wie er wünschte, meldete ihn dann bei seinem Prinzipal und er hielt den Auftrag, ihn in die Bibliothek zu führen. Als ich in die Halle zurückkam, fand ich den Krug leer und Herrn Dark beschäftigt, mit großem Geräusch, eine Prise Schnupftabak in die Nase zu ziehen. Er hatte mehr als ein Maß vom stärksten alten Ale getrunken und dies schien ungefähr den Effekt auf ihn hervorgebracht zu haben, als hätte er ebenso viel Wasser zu sich genommen. Ich führte Herrn Dark nach dem Bibliothekszimmer und als man mir eine halbe Stunde später klingelte, fand ich den sonderbaren Mann zwischen seinem Prinzipal und meiner Herrin sitzen. Letztere betrachtete ihn offenbar mit Erstaunen, ersterer mit Befriedigung. Herr Dark hielt ein Notizbuch auf seinen Knien, in der Hand einen Bleistift. Seinem Gesicht nach zu urteilen, hatte die Mitteilung des Geheimnisses nicht den mindesten Eindruck auf ihn gemacht. Ich habe eine Frage an sie zu richten, sagte er. Als sie damals zu spät nach dem Hafen kamen und ihres Herren Yacht nicht mehr fanden, hörten sie da vielleicht nach welcher Richtung er gesegelt wäre, etwa nördlich nach der schottischen Küste hin? Ja, sagte ich, die Schiffer, die ich befragte, sagten mir das. Gut, erwiderte Herr Dark und sich zu wissen nötig ist. Der Notar sah meine Herrin an und diese nickte zustimmend. Dann wandte er sich zu mir. Packen sie ihren Mantelsack für die Reise, William, sagte er, und halten sie einen Wagen bereit, der sie und Herrn Dark zur nächsten Poststation bringen kann. Und was auch die Zukunft bringen mag, William, fügte die Lady mit vor Bewegung zitternder Stimme hinzu, glauben sie, dass ich niemals den Beweis von Anhänglichkeit vergessen werde, den sie mir geben. Es ist mir in diesem entsetzlichen Falle eine Beruhigung zu wissen, dass ich mich auf ihre Treue verlassen kann, auf ihre Treue und den außerordentlichen Scharfsinn und die Erfahrung des Herrn Dark. Herr Dark schien das Kompliment nicht zu hören. Er schrieb eifrig in seinem Notizbuche eine Viertelstunde nachdem ich das Anspannen des Wagens bestellt und meine eiligen Reisevorbereitungen gemacht hatte, fand ich ihn bereits in der Halle auf mich warten. Er saß auf dem selben Stuhle, auf dem er sich bei seiner Ankunft niedergelassen und hatte einen Krug von dem selben alten Ale vor sich auf dem Tische stehen. Haben Sie einige Angelrouten im Hause, fragte er, als ich meinen Reisesack niederlegte. Ja, entgegnete ich erstaunt über die Frage, aber was wollen Sie damit? Packen Sie zwei Stück ein, sagte Herr Dark, aber vollständig mit Schnuren, Haken und Fliegenschachteln. Dann trinken Sie ein Glas Ale, ehe wir aufbrechen, William, und wundern Sie sich nicht gar so sehr. Wenn wir erst aus dem Hause sind, will ich Ihnen alles erzählen. Jetzt besorgen Sie die Angelrouten, denn in fünf Minuten müssen wir unterwegs sein. Als ich mit den Angelrouten zurückkam, fand ich Herrn Dark bereits im Wagen. Geld, Gepäck, Angelrouten, Adressen, Kopie des anonymen Briefes, Reisehandbuch, Karte, murmelte er, indem er in Gedanken noch einmal die Dinge musterte, die er für die Reise brauchte. Alles in Ordnung, also vorwärts. Ich nahm die Zügel und fort ging es. Als wir die Front des Schlosses passierten, bemerkte ich, dass Madame Smith und Josephine uns aus den Fenstern des ersten Stockwerkes nachsahen und die Erinnerung an diese beiden aufmerksamen Gesichter, das eine so betrübt und so gut, das andere lächelnd und boshaft, verfolgte mich mehrere Tage. Nun, William, begann Herr Dark, als wir Derock Hall hinter uns hatten, will ich Ihnen sagen, was Sie sind. Sie sind Kommiss in einem Bankgeschäft und ich bin ebenfalls ein solcher. Wir haben Ferien und machen eine Reise durch Schottland, um die Gegend zu sehen, Seeluft aufzuatmen und womöglich hier und da ein wenig zu angeln. Ich bin der fette Kassierer, der gewöhnt ist, in Kasten mit Gold zu wühlen. Sie sind der Buchhalter, der hinter mir am Pulte steht und ungeheure Additionsexempel rechnet. Schottland ist ein herrliches Land, William. Können Sie Whiskeypunsch machen? Ich meines Teils verstehe es und was vielleicht mehr ist, ich verstehe ihn auch zu trinken. Schottland entgegnete ich, gehen wir denn nach Schottland? Frage gegen Frage entgegnete Herr Dag, warum machen wir die Reise überhaupt? Um meinen Herrn zu suchen und zu sehen, ob sich das, was man in dem Briefe schrieb, wirklich so verhält, antwortete ich. Sehr gut, und wie würden Sie es anfangen, um zu diesem Ziele zu gelangen? Ich würde nach Stockholm gehen, wohin er seine Briefe schicken ließ, und würde dort nach ihm forschen. In der Tat würden Sie das, sagte Herr Dark, wenn Sie ein Schäfer wären, William, und Sie hätten in Cumberland ein Schaf verloren. Würden Sie dann anfangen, am Ende der Provinz nach ihm zu suchen, oder würden Sie erst ein wenig mehr in der Nähe nachforschen? Sie wollen sich einen Spaß mit mir machen, entgegnete ich, ein wenig gereizt. Das ist durchaus meine Absicht nicht, sagte Herr Dark. Ich will Sie nur aufklären, wie ich versprochen habe. Hören Sie mich also, William, und profitieren Sie davon, so viel Sie können. Herr James Smith sagte, wie Sie wissen, er ginge nach Schweden, und um das wahrzumachen, fängt er damit an, nach Norden, das heißt, nach der Küste von Schottland zu segeln. In welcher Art von Fahrzeug macht er die Reise? In einer Yacht. Ist eine Yacht darauf eingerichtet, lebendiges Vieh an Bord zu nehmen? Nein. Kann man geschlachtetes Fleisch auf einer Reise von Camberland nach Schweden in genießbarem Zustand erhalten? Nein. Würde ein Gentleman von der Art des Herrn Smith sich entschließen, von Salzfleisch zu leben? Was folgt aus diesem dreifachen Nein? Dass Herr Smith irgendwo auf dem Wege nach Schweden angelegt haben muss, um sich mit frischen Provisionen zu versorgen? Wo muss er in diesem Falle ans Land gegangen sein? Irgendwo an der schottischen Küste, vorausgesetzt, dass er seinen Kurs nicht geändert hat, nachdem er den Hafen verlassen? Wo in Schottland kann das gewesen sein? Westlich an der Küste des Festlandes oder westlich an einer der Inseln? Wahrscheinlich am Festlande, denn die Plätze an dieser Küste sind bedeutend genug, dass er sicher sein konnte, alles zu finden, was er für die Fahrt brauchte. Was ist also unsere nächste Aufgabe? Nicht ein Glied aus der Kette der Wahrscheinlichkeiten zu verlieren, indem wir einen der Plätze übersehen, wo er den Fuß ans Land gesetzt haben kann. Wir dürfen die Spur nicht aus dem Auge lassen, wenn wir hoffen wollen, unser Will zu erreichen, nicht Geld und Zeit verschwenden, indem wir die Reise nach Schweden machen, ehe wir nicht wissen, dass er wirklich dort ist. Wo muss diese Reise also zunächst hingehen? Sicher nach der Nordküste von Schottland. Was sagen Sie dazu, William? Ist meine Schlussfolgerung richtig, Das alte Ale schien mir in der Tat unschuldig zu sein, und ich sagte ihm das. Er schüttelte sich vor Lachen, nahm eine große Prise Tabak und meinte, dass er den Fall noch einmal im Kopf durchgehen wolle, um sich zu versichern, dass er sich nirgends verrechnet hätte. Als wir die Poststation erreichten, war er mit dieser Aufgabe glücklich und zu seiner eigenen Zufriedenheit fertig, und ich fand ihn nun bereit, das dortige Ale mit dem Ale von Derrock Hall zu vergleichen. Wir ließen hier unseren Wagen zurück, der am anderen Morgen durch einen Hausknecht nach Hause gebracht werden sollte, bestellten eine Postchaese und versorgten uns mit Brot, einer vorzüglichen Salamiewurst und zwei Flaschen Sherry, Vorräte, die in den Kasten und Taschen des Wagens untergebracht wurden, dann nahmen wir unsere Plätze ein und begaben uns auf die Reise, deren Ziel vorläufig noch ein Unbekanntes war. Noch ein guter Rat, William, sagte Herr Dark, nachdem er sich gemächlich in der Wagenecke zurechtgerückt. Schlafen Sie, wenn Sie können, denn ehe wir nicht Glasgow erreicht haben, ist an keine Nachtruhe zu denken. Ende von Abschnitt Vier Gelesen von Hokus-Pokus Abschnitt 5 von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Obgleich sich die Begebenheit, von der ich erzähle, vor längerer Zeit zutrug und die dabei beteiligten Personen meist tot sind, so vermeide ich doch, um niemand zu kompromittieren, die Orte zu nennen, wo wir Nachforschungen anstellten und begnüge mich, nur im Allgemeinen anzugeben, was wir taten und welche Resultate wir erreichten. Als wir in Glasgow ankamen, änderte Herr Dark seine ursprüngliche Absicht, direkt nach dem Norden von Schottland zu gehen. Er hielt es für besser, sich vorher zu überzeugen, ob die Yacht ihren Lauf nicht doch vielleicht der westlichen Küste entlang genommen hätte. Die Ausführung dieses neuen Planes machte ein fortwährendes Abschweifen von unserer direkten Reiseroute nötig und veranlasste vielen Zeitverlust. Dreimal wurden wir durch falsche Nachrichten getäuscht, vergeblich nach fast wilden Punkten der Hybriden gelockt. Zweimal verfolgten wir landeinwärts einen Mann, dessen Beschreibung im Allgemeinen auf Herrn James Smith passte, der sich aber, als wir ihn erreichten, als ein vollkommen Fremder erwies. Diese vergeblichen Exkursionen, namentlich die nach den westlichen Inseln, kosteten uns viel Zeit, und so waren mehr Derock Hall verließen, als wir einen Hafenplatz an der Nordspitze von Schottland erreichten. Bis dahin hatte unsere Reise nicht zu dem geringsten Resultat geführt, und ich fing nun allen Ernstes an, den Erfolg zu bezweifeln. Was Herrn Dark betrifft, so hatte dieser noch nicht einen Augenblick Geduld und Laune verloren. Sie verstehen das Warten nicht, William, pflegte er zu sagen, wenn ich eine mutlose Äußerung tat. Sie verstehen nicht zu warten. Ich verstehe das. Wir erreichten also gegen Abend den Hafenplatz, von dem ich sprach, und stiegen, wie wir immer getan, in einem bescheidenen Gasthause ab. Man muss immer von unten auf beginnen, sagte Herr Dark. Die Gesellschaft in einem guten Hotel würde sich vielleicht nicht familiär mit uns machen. Die Gäste einer Taverne tun es jedenfalls. Und er bewies, was er sagte. Ich habe in der Tat nie einen Menschen gesehen, dem es wie ihm gelungen wäre, in kürzester Zeit einen völlig fremden Menschen zu seinem Freunde zu machen. So vorsichtig der Schotte im Allgemeinen auch ist, so schien für Herrn Dark doch nichts leichter, als ihn ganz nach Gefallen um den Finger zu wickeln. Er behandelte jedes Individuum verschieden und nach einer ihm zusagenden Weise, aber eigentlich brachte er, solange ich Gelegenheit hatte, ihn in Schottland zu beobachten, doch in den verschiedensten Gesellschaftsschichten nur drei Grundsätze in Anwendung und erzielte damit fabelhafte Erfolge. Erstens lobte er die Ansicht von Edinburgh von der Arthushöhe abgesehen als die schönste der Welt, zweitens war der schottische Whisky das heilsamste und beste Getränk und drittens sagte er jedem, dass seine kürzlich verstorbene geliebte Mutter, die beste Frau, die je gelebt habe und eine geborene Macleud, also eine Schottin gewesen sei. Wir stiegen also, wie schon gesagt, auch diesmal in einem kleinen Gasthofe in der Nähe des Hafens ab. Ich war von der Reise sehr ermüdet und legte mich sogleich ins Bett, um auszuruhen. Herr Dark, den ich niemals erschöpft sah, verließ mich, um seinen wie lange ich geschlafen hatte, als ich durch ein Rütteln an der Schulter geweckt wurde. Das Zimmer war vollständig dunkel und ich fühlte nur, wie sich plötzlich eine Hand auf meinen Mund legte. Ein starker Duft von Whisky und Tabak brachte mich vollends zur Besinnung und zugleich drang eine flüsternde Stimme in mein Ohr. William, wir haben das Ziel unserer Reise erreicht. Sind Sie es, Jacht liegt hier an und Ihr Herr ging hier ans Land. Sie wollen doch nicht sagen, dass der Brief die Wahrheit enthält, fragte ich. Freilich will ich das, entgegnete er. Er hat sich hier verheiratet und ging mit Nummer zwei zur See, drei Wochen vorher, ehe wir das Haus seiner rechtmäßigen Gattin verließen. Aber still, sprechen Sie nicht ein Wort, schlafen Sie weiter oder aber kommen Sie nicht etwa in das Schenkzimmer hinab. Ich habe alle Einzelheiten erfahren, ohne daß man ein Interesse meinerseits daran vermutete. Sie haben ein gutes Gesicht, William, aber es ist so höllisch ehrlich, daß es uns verraten würde. Ich habe mich mit den Leuten sogleich befreundet. Sie kennen bereits meine Meinung über die Ansicht von Edinburgh was sich von Ihrem Whisky halte beweise ich durch die Tat und es wird nicht lange wehren, so erzähle ich Ihnen, daß meine Mutter eine geborene MacLeod war. Mit diesen Worten schlüpfte er aus dem Zimmer und ließ mich im Finstern, wie er mich gefunden hatte, zurück. Ich war durch das, was ich gehört hatte, zu sehr erregt, um weiter ans schlafen zu denken. Ich zündete also Licht an und versuchte, mich so gut als möglich mit einer alten Zeitung zu unterhalten, die ich in meinem Reisesack gefand. Es war beinahe zehn Uhr. Zwei Stunden später hörte ich die Haustür schließen und bald darauf trat Herr Dark in der heitersten Stimmung in das Zimmer. Hier habe ich die ganze Geschichte, sagte er, indem er mit dem Finger auf seine Stirn tippte. Die ganze Geschichte, so einfach und klar, wie nur etwas sein kann. Ihr Herr ist ein verteufelter Bursche, Will, und ich glaube nicht, dass sie und Frau Smith ihn zum letzten Mal gesehen haben. Wir schliefen diese Nacht in dem selben Zimmer und sobald Herr Dark die Tür geschlossen hatte und behaglich in seinem Bett lag, erzählte er mir im Detail, was er erfahren hatte. Es ließ sich etwa in Folgendes zusammenfassen. Die Yacht hatte eine wundervolle Fahrt gehabt bis zum Kap Wrath. Nachdem sie das Kap umsegelt, war ihr der Wind nicht mehr günstig gewesen und sie hatte in diesen Hafen einlaufen müssen, sowohl um Provisionen einzunehmen, wie auch um besseren Wind abzuwarten. Herr James Smith war ans Land gegangen, in der Absicht, sich nach einem Gasthofe umzusehen, wo er für einige Tage bleiben könnte. Bei seiner Wanderung durch den Ort bemerkte er ein kleines nettes Haus, in welchem Wohnungen zu vermieten waren, und bei näherem Hinschauen erblickte er hinter den Fenstern der Wohnstube das ungewöhnlich hübsche Gesicht eines jungen Mädchens, das seine Aufmerksamkeit fesselte. Er ging noch einmal an dem Hause vorüber, um sie zu sehen, und beschloss die zu vermietenden Zimmer zu sehen. Die Wohnungen wurden ihm durch die Mutter des jungen Mädchens, einer sehr respektabel aussehenden Frau gezeigt, deren Mann, wie er bald erfuhr, Eigentümer eines kleinen Küstenfahrers und augenblicklich abwesend war. Durch ein geschicktes Manöver gelang es ihm endlich, in das Wohnzimmer einzudringen und einige Worte mit der Tochter zu wechseln. Ihre Stimme und ihre Manieren vollendeten den Zauber, den ihr Gesicht auf Herrn Smith ausgeübt hatte. Er fühlte sich von einer heftigen Leidenschaft für das junge Mädchen ergriffen und zögerte nun keinen Augenblick mehr, das Zimmer für einen Monat zu mieten. Es ist wohl nicht nötig zu sagen, dass seine Absichten keineswegs ehrenhaft waren und dass er sich den beiden als unverheirateter Mann vorstellte. Unterstützt durch Geld, Stellung und eine vorteilhafte persönliche Erscheinung glaubte er dem jungen Mädchen gegenüber leichtes Spiel zu haben, aber er sollte bald einsehen, dass er die Rechnung ohne den Wirt gemacht hatte. Die Aufmerksamkeit der Mutter war nicht zu täuschen und das junge Mädchen selbst war keine leichte Ware. Sie bewunderte offenbar Herrn James Smith schöne Figur und seinen prachtvollen Bart. Sie zeigte, daß ihr seine Gesellschaft nichts weniger als unangenehm war, hörte seine Komplimente gerne und errötete unter seinen bewundernden Blicken, aber war es nun Berechnung oder wirkliche Unschuld, sie schien durchaus nicht zu begreifen, daß seine Annäherung einen anderen als ehrenhaften Zweck haben könnte. Bei der leisesten Zudringlichkeit von seiner Seite zog sie sich halb erschreckt, halb verwundert zurück und ließ Sam Smith ziemlich verblüfft stehen. Er hatte auf einen solchen Widerstand nicht gerechnet und war unfähig, ihn zu überwinden. Woche auf Woche ging vorüber, die Zeit, für die er die Wohnung gemietet hatte, war abgelaufen. Seine Liebe zu dem Mädchen hatte sich zur heftigen Leidenschaft gesteigert und noch war sein lasterhafter Plan um keinen Schritt weiter gediehen. Um diese Zeit schien ein Zwist zwischen den beiden ausgebrochen zu sein, denn Herr Smith kehrte, statt die Wohnung aufs Neue zu mieten, nach seiner Yacht zurück und schlief dort zwei Nächte. Der Wind war jetzt zur Weiterreise günstig, das Fahrzeug mit allem Nötigen versorgt, dennoch gab er nicht den Befehl, die Anker zu lichten. Am dritten Tage schien die Ursache des Zwistes, welche sie auch sein mochte, beseitigt. Herr Smith kehrte nach seiner Landwohnung zurück. Einige neugierige Nachbarn beobachteten, dass er in den nächsten Tagen sehr verdrießlich, beinahe ängstlich aussah. Wahrscheinlich war er zu der Einsicht gekommen, dass er sich für einen von zwei Wegen entscheiden mußte. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als entweder auf das Mädchen zu verzichten oder eine neue Nichtswürdigkeit zu begehen und sie zu heiraten. So gewissenlos Herr Smith indessen auch sein mochte, so zögerte er dennoch, diesen letzten Schritt zu tun. Vielleicht schreckten ihn nur die Folgen einer möglichen Entdeckung, aber während er zwischen Wünschen und Zweifeln noch hin und her schwankte, kehrte der Vater des Mädchens nach Hause zurück, und dieser Umstand drängte ihn zur Entscheidung. Und nachdem er seinen verbrecherischen Entschluß einmal gefasst hatte, brachte er ihn auch mit aller möglichen Kälte und Umsicht zur Ausführung. Zunächst kehrte er an Bord der Yacht zurück und teilte der Mannschaft mit, dass er die beabsichtigte Fahrt nach Schweden aufgegeben und jetzt die Absicht habe, eine längere Tour durch Schottland zu machen, um sich mit Angeln zu amüsieren. Nach dieser kurzen Erklärung befahl er die Yacht weiter hinauf in den Hafen zu bringen, gab dann dem Steuermann die Erlaubnis seine Familie in Coase für längere Zeit zu besuchen, bezahlte die übrige Mannschaft und entließ sie aus seinem Dienste. Durch diese Maßregeln befreite er sich mit einem Schlage von allen den jenigen, welche wussten, dass er bereits verheiratet war, und nun konnte sich die Nachricht von seiner Verbindung immerhin in weiteren Kreisen verbreiten, ohne dass er eine Entdeckung zu fürchten hatte. Sein gewöhnlicher Name selbst kam ihm dabei zu statten, denn wenn auch die Zeitungen erwähnten, dass ein gewisser James Smith sich vermählt hatte, so gerieten doch seine intimsten Freunde, ja seine eigene Frau sicherlich nicht auf die Vermutung, dass gerade er unter Tausenden dieser James Smith war. 14 Tage nachdem er seine Mannschaft abgelohnt hatte, vermählte sich Herr Smith mit der Tochter des Kapitäns. Der Vater des Mädchens war in der ganzen Stadt als ein geiziger, geldgieriger Mann bekannt, der viel zu besorgt war, sich den reichen Schwiegersohn zu sichern, als dass er gegen diese hastige und eilige Verbindung hätte Protest erheben sollen. Bei der Zeremonie waren außer den Eltern der Neuvermählten die Stadt, um eine Hochzeitsreise nach den Hochlandseen anzutreten. Unerwartet kehrten sie indessen schon nach zwei Tagen zurück, weil sie ihren Plan geändert hatten. Der Bräutigam, welcher sich wahrscheinlich außerhalb Englands für sicherer hielt, hatte in der jungen Frau den Wunsch regel gemacht, südliche Länder und namentlich die spanische und italienische Küste zu besuchen. Da sie früher oft Seereisen mit ihrem Vater gemacht hatte und nicht von der Seekrankheit litt, so wünschte sie die Reisern nach dem mittelländischen Meere zu Wasser zu machen und Herr Smith, der keinen anderen Lebenszweck zu erkennen schien als den, ihre Wünsche zu befriedigen, kehrte sogleich nach dem Hafen zurück, um seine Yacht auf die Tour auszurüsten. In alledem lag nichts, was das Misstrauen der Verwandten hätte erregen können. Die Mutter sah in ihrem Schwiegersohn das Muster eines gefälligen und liebenswürdigen Ehemannes, und der Vater bemühte sich eifrig, die Ausrüstung des Fahrzeuges zu fördern, so viel er konnte. Er brachte in kürzester Zeit die nötige Mannschaft zusammen, besorgte die erforderlichen Provisionen, und dank seiner Unterstützung gelang es Herrn Smith wirklich, mit der unglücklichen jungen Frau in See zu gehen, ehe wir beide, Herr Dark und ich, Der Rock Hall verließen, um ihn aufzusuchen. Und können Sie sich nun denken, Will, wer jenen anonymen Brief geschrieben hat? fragte Herr Dark, als er bei diesem Punkt seiner Ich habe keine Ahnung, entgegnete ich, wissen Sie es denn? Gewiß weiß ich es, war die kühle Antwort. Als ich hörte, dass Ihr vortrefflicher Herr die Mannschaft seines Fahrzeuges abgelohnt hätte, machte ich mir ein kleines Merkzeichen ins Gedächtnis und nahm mir vor, auf diesen Punkt noch einmal zurück zu kommen. Die Gelegenheit dazu bot sich auch schon nach einer halben Stunde. Was ist aus den Männern geworden, die Herr Smith so schnell entließ, fragte ich den Hafenmeister, welcher der Hauptsprecher war. Gingen sie alle sogleich davon, als sie das Geld hatten, oder blieben sie, bis der letzte Kreuzer vertan war? Nichts da, sagte der Mann lachend, sie gingen alle davon, bis auf einen einzigen, den Steward der Yacht, der genau an dem Tag wieder zum Vorschein kam, wo Herr Smith mit seiner jungen Frau nach dem mittelländischen Meere absegelte, wo er bis dahin gesteckt hat, weiß kein Mensch. Vielleicht ist er seines Herrn Beispiel gefolgt und hat sich nach einer Frau umgesehen, entgegnete ich. Das ist nicht unmöglich, erwiderte der Erzähler. Ich sprach selbst mit dem Manne, aber ich konnte aus seinem Bericht nicht klug werden. Auch schien er große Eile zu haben, denn er reiste so schnell als möglich nach seiner Heimat, ich glaube nach Coase ab. Ich wusste nun genug und ließ das Gespräch fallen, fuhr Herr Dark fort. Die Sache scheint mir klar wie der Tag. Der Stuart hat Verdacht geschöpft, hatte seinen Herren überwacht und belauscht, dann einen anonymen Brief an ihre Herren geschrieben. Der Mann wird sich durch Nachfragen in Coase auffinden lassen, wenn wir ihn brauchen sollten. Außerdem können wir uns in der Kirche den Trauschein verschaffen. Dann aber bleibt uns nichts zu tun, als nach Hause zurück zu kehren und zu sehen, was ihre Herrin zu tun gedenkt. Wie die Sache jetzt steht, ist ein wunderschöner Fall. Ja, ein ganz wunderschöner juristischer Fall, William. Ende von Abschnitt 5 Gelesen von Hokus-Pokus Abschnitt 6 von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wir kehrten nach Derock House zurück, so schnell, als sich dies mit Postpferden nur immer tun ließ. Frau Smith, welche von Anfang an nicht an der Wahrheit der Tatsache zweifelte, die ihr der anonyme Brief mitgeteilt, nahm die schlimme Nachricht, die wir brachten, wenigstens dem Anschein nach, mit großer Ruhe und Fassung auf. Zu Herrn Darks großem Erstaunen und nicht geringer Enttäuschung, aber zeigte sie nicht die geringste Lust der Sache weitere Folge zu geben. Im Gegenteil machte sie es ihm zur Pflicht, Reisegefährten ärgerlich und verstimmt. Er verließ der Rock Hall mit einem reichen Geschenk, aber des ungeachtet sehr unzufrieden. »Solch ein schöner Fall, William«, sagte er beinahe betrübt, als wir in der Halle mit Händeschütteln Abschied voneinander nahmen, solch ein ungewöhnlich schöner Fall, es ist ein Jammer, dass daraus nichts ordentliches werden soll. »Sie wissen nicht, wie stolz und zart fühlen zugleich meine Lady ist, entgegnete ich. Sie würde lieber sterben, als ihre unglücklichen Verhältnisse der Öffentlichkeit preiszugeben. »Gott segne Ihre Einfalt, Will«, sagte Herr Dark, »glauben Sie wirklich, dass ein solcher Fall sich verheimlichen lässt? »Warum nicht?« fragte ich, »wenn wir beide das Geheimnis bewahren?« »Ich gebe nicht so viel für dies Geheimnis,« entgegnete Herr Dark, indem er mit dem Finger schnippte. »Ihr Herr wird schon die Katze aus dem Sack lassen, wenn es sonst niemand tut.« »Mein Herr?« fragte ich verwundert. »Ja, er selbst,« erwiderte Herr Dark. »Ich habe Erfahrung in solchen Dingen, und ich sage Ihnen, dass Sie Herrn Smith nicht zum letzten Male gesehen haben. Denken Sie an mich, William, er kommt zurück, so war ich Dark heiße.« Bei dieser Prophezeiung regalierte sich Herr Dark noch einmal mit einer Prise und machte sich dann auf den Weg nach London. Seine letzten Worte hingen noch lange Tage, wie eine Gewitterwolke über mir, und es gehörten Wochen dazu, ehe ich mich gewöhnte, die Torglocke zu hören, ohne zu erschrecken. Das Leben in Derock Hall verlief indessen in alter Trin, ob sie nicht auf einige Zeit dorthin kommen wolle, um sich zu zerstreuen, aber sie schlug dies aus, weil sie sich, nach dem, was ihr passiert war, scheute, mit Menschen zusammen zu treffen. Sie gab sich redlich Mühe, ihren Mut aufrecht zu erhalten und ihr Schicksal zu überwinden, aber ich sah nur zu gut, wie tief der Schlag sie gebeugt hatte, wie sehr sie litt. Welche Folgen für ihren Gemütszustand diese totale Einsamkeit auf die Länge gehabt haben würden, lässt sich kaum sagen, aber ich weiß, dass sich ihren Einfall Herrn Mieg einzuladen und die früheren musikalischen Übungen wieder aufzunehmen, als einen sehr glücklichen begrüßte. Sie sagte dem Prediger und meiner Meinung nach mit vollkommenem Rechte, dass jedes Band zwischen ihr und ihrem Mann zerrissen sei, da er selbst alle seine Rechte ihr gegenüber aufgegeben habe, sowohl durch seine Flucht wie durch seine zweite verbrecherische Ehe, und überließ es nun Herrn Mieg zu beurteilen, ob der harmlose Verkehr zwischen ihm und ihr wieder aufgenommen werden dürfe oder nicht. Der Pfarrer entschied nach einigem Zögern und Zaudern endlich im Sinne meiner Herrin und kam von der Zeit an Dieses Wiederaufnehmen alter Gewohnheiten mochte unvorsichtig sein und konnte Frau Smith in den Augen der Welt schaden, für sie selbst war es gewiß das heilsamste und beste, was sie tun konnte. Die Gesellschaft des kleinen schüchternen Predigers und das Vergnügen, welches ihr die Musik gewährte, machten es ihr möglich, die Qualen der Situation zu ertragen, in die sie sich versetzt sah, ohne zugrunde zu gehen. Mithilfe des Herrn Miek und seiner Geige ging also die Zeit hin. Der Winter war vorüber, der Frühling kam, ohne dass wir von Herrn James Smith etwas gehört hätten. Der Winter war streng und kalt gewesen, der späteintretende Frühling brachte uns fast nur Regen, und der erste schöne Tag, den wir hatten, war der 14. März. Ich kann das Datum dieses Tages genau angeben, denn des kleinen Umstandes, der damit zusammenhängt, erinnern, solange ich lebe. Der Tag begann, wie abergläubische Leute sagen würden, mit einem bösen Omen. Frau Smith blieb an dem Morgen ungewöhnlich lange in ihrem Zimmer und beschäftigte sich mit der Durchsicht ihrer Kleider und dem Aufräumen mehrerer Schubkästen, die sie seit längerer Zeit nicht mehr geöffnet hatte. Kurz vor der Frühstücksstunde hörte ich endlich ein heftiges klingeln. Ich lief die Treppe hinauf, um zu sehen, was es gäbe, und begegnete Mademoiselle Josephine, welche das Schellen aus einem anderen Teile des Hauses herbeigerufen hatte. Sie trat vor mir in das Zimmer unserer Herrin und ich folgte ihr dicht auf den Fersen. Wir fanden Frau Smith allein mit dem Ausdruck des Zornes im Gesicht. Ich bin bestohlen, sagte sie heftig. Ich weiß nicht und eine Anzahl mit spitzen besetzten Taschentüchern. Wenn sie einen Verdacht haben, Madame, entgegnete Josephine mit eigentümlich scharfem Ton, so sagen sie es nur gerade heraus. Meine Kommoden und Kasten stehen ganz zu ihrer Verfügung. Wer fragt nach ihren Kasten und Kisten, erwiderte Frau Smith Zornig, seien sie in Zukunft etwas weniger schnell mit ihren Antworten, wenn ich bitten darf. Dann wendete sie sich zu mir und erklärte mir, unter welchen Umständen sie ihren Verlust entdeckt hatte. Ich schlug vor, dass man noch einmal genauere Nachsuche nach den vermissten Gegenständen halten, dann aber, wenn sie sich nicht fänden, nach dem Konstabler schicken und ihm das weitere überlassen sollte. Meine Herrin billigte diesen Vorschlag und die Nachsuchungen wurden auf der Stelle unternommen. Als ich bis zur Zeit des Dinners nichts gefunden hatte, riet ich nochmals, die Sache zur Anzeige zu bringen, aber sie meinte, es sei jetzt zu spät, ich solle morgen früh die Sache besorgen. Ich wusste, dass Herr Mieg am Abend mit seiner Geige kommen wollte und glaubte, dass sie sich in ihrer Lieblingsbeschäftigung durch den Polizeimann nicht wollte stören lassen. Das Dinner ging vorüber, der Prediger kam und man musizierte den ganzen Abend wie gewöhnlich. Um zehn Uhr trug ich ein Präsentierbrett mit Sodawasser und Wein in den Musiksalon und war eben im Begriff, eine der Flaschen zu öffnen, als ich das Geräusch heranrollender Wagenräder und gleich darauf einen Zug an der Klingel hörte. Ich wollte die Flasche nicht halb geöffnet hinsetzen, um nach der Türe zu gehen. Eins der Mädchen öffnete an meiner Stelle und ich hörte einen halb unterdrückten Ausruf, da näherte sich ein bekannter Tritt der Tür des Salons. Frau Smith, die am Pianoforte saß, drehte sich um und sah mich an. William, kennen Sie diesen Schritt? fragte sie. Ehe ich antworten konnte, öffnete sich die Türe und Herr James Smith trat ins Zimmer. Er hatte den Hut auf dem Kopfe, sein schwarzes Haar fiel lang darunter hervor über den Kragen seines Rockes. Die glänzenden schwarzen Augen weilten einen Moment auf meine Herrin, dann richteten sie sich auf Herrn Mieg, seine Augenbrauen zogen sich zornig zusammen. Finde ich sie wieder her, rief er, indem er sich drohend dem kleinen Pfarrer näherte, der zitternd auf seinem Stuhle saß und die Geige im Arme hielt, als wäre sie ein Kind, das er beschützen müsse. Als meine Herrin sah, dass ihr Mann auf den armen Geistlichen zuging, trat sie ihm einige Schritte entgegen. Schnell wie der Blitz drehte er sich nach ihr um. Schamloses Weib, können sie mir in Gegenwart dieses Mannes unter die Augen treten, rief er, indem er auf Herrn Mieg zeigte. Frau Smith blieb vollkommen ruhig. nicht einmal eine Zornesröte stieg auf ihre Wangen empor, als er sprach. Das Gefühl der Beleidigung und des Unrechts, das sie von ihm erduldet hatte, sowie der Besitz seines Geheimnisses gab ihr die vollste Selbstbeherrschung. Die Aufregung, die sich in Herrn Smith Miene aussprach, fand ihr Widerspiel in dem Zuge ihres ruhigen, stolzen, unbeweglichen Gesichts. Ich frage sie noch einmal, schrie er, als er sah, dass sie ihm nicht antwortete. Ich frage sie noch einmal, wie sie es wagen können, mir in Gegenwart dieses Mannes in die Augen zu treten. Sie erhob ihren Blick ruhig zu seinem Hute, den er noch immer auf dem Kopf hatte. Und wer erlaubt ihnen mit dem Hute auf dem Kopf in das Zimmer einer Dame zu treten? fragte sie im Tone ruhiger Verachtung. Sind das die Manieren, die sie bei ihrer neuen Frau angenommen haben? Ich sah ihn an, als sie diese Worte sprach. Seine bräunliche Gesichtsfarbe ging augenblicklich in ein fahles Gelb über, seine Hand faßte nach dem nächsten Stuhle, in den er sich schwer niederfallen ließ. Ich verstehe sie nicht, sagte er nach einer Weile, unsicher im Zimmer umherblickend. Sie verstehen mich nur zu gut, entgegnete meine Herrin. Ihr Gesicht verrät, dass sie mich verstehen, wenn auch ihre Zunge es leugnet. Herr Smith suchte seine frühere Frechheit, mit einer gewaltsamen Anstrengung wiederzugewinnen. Mit einem Fluche sprang er von seinem Stuhle auf. Einen Augenblick vorher hatte ich etwas wie ein Frauenkleid an der Salontür rauschen hören, und eben sehen, als sich mein Herr zu mir wandte. Lassen Sie mein Bett in der roten Stube zurecht machen und augenblicklich dort Feuer anzünden, sagte er mit seinem bösesten Blick und dem rauesten Tone. Wenn ich klingle, bringen Sie mir heißes Wasser und eine Flasche Brandy. Was Sie aber betrifft, fuhr er fort, indem er sich an Herrn Meek wendete, der noch immer bleich und sprachlos mit der Geige im Arme auf seinem Stuhle saß, so rate ich Ihnen augenblicklich das Haus zu verlassen, oder Sie sollen erfahren, dass Ihr Stand Sie gegen meinen Zorn nicht schützt. Bei dieser neuen Beleidigung schoss meine Herrin das Blut ins Gesicht, aber ehe sie noch ein Wort zu sagen vermochte, erhob Herr Smith seine Stimme so laut, dass man jedenfalls ihre Worte nicht vernommen hätte. Von Ihnen, Madame, will ich kein Wort mehr hören, schrie er in der brutalsten Weise. Sie sprechen wie eine Wahnsinnige, Sie sehen aus wie eine Wahnsinnige, Sie sind jedenfalls nicht bei vollem Verstande. Verlassen Sie sich darauf, dass ich Ihren Kopf morgen von einem Arste untersuchen lasse. Und was zum Teufel hat dieser Schuft hier noch zu stehen, schrie er mir zu, indem er sich auf dem Absatz umdrehte, gehorcht man so meinen Befehlen? Ich sah meine Herrin an. Hätte sie mir durch einen Wink zu verstehen gegeben, ich sollte ihn Sie was er wünscht William, sagte sie, indem sie ihre Hand auf die Brust drückte, als wollte sie den aufsteigenden Zorn niederhalten. Jedenfalls ist es der letzte Befehl, den dieser Mann Ihnen zu geben hat. So wollen Sie mir begegnen, wahnsinniges Weib, tobte er. Ich kann Ihnen nur sagen, entgegnete sie mit ihrer klaren, ruhigen Stimme, dass sich das, was sie mir angetan haben, weder vergeben noch erdulden lässt, dass ich aber auch nie wieder in die Lage kommen werde, Dinge von Ihnen zu hören, wie ich sie heute hörte. Sie sah ihn bei diesen Worten stolz und ruhig an, drehte sich dann um und ging langsam der Tür zu. Eine Minute vorher hatte sich Herr Mieg so weit ermannt aufzustehen und sich ebenfalls dem Ausgang zu nähern. Er schlich sich ängstlich an der Wand hin und hielt die Geige sorgsam unter einem Flügel seines langen Rockes verborgen, als fürchtete er, dass ich die Wut seines Feindes gegen dies unschuldige Instrument kehren könne. Er erreichte die Tür vor meiner Herrin. Als er sie leise öffnete, sah ich, wie er zurückfuhr und gleich darauf ließ sich wieder jenes verdächtige Kleider rauschen auf dem Korridor hören. Meine Herrin folgte dem Prediger, wendete sich aber auf dem Gange nach der entgegengesetzten Richtung, um die Treppe zu erreichen, die zu ihrem Zimmer führte. Ich ging dann zunächst aus dem Zimmer und ließ Herrn Smith allein. In der Halle holte ich Herrn Meek ein und öffnete ihm die Tür. Ich bitte um Verzeihung, aber darf ich Sie wohl fragen, ob Sie einen Lauscher an der Türe des Saals fanden, als Sie dieselbe eben öffneten? fragte ich. Ja, William, entgegnete er mit zitternder Stimme. Ich glaube, es war die französische Kammerfrau, in dessen bin ich so aufgeregt, dass ich mich auch getäuscht haben kann. Hat Josephine das Geheimnis erspäht? fragte ich mich besorgt, als ich in der roten Stube Feuer anzündete. Hatte sie nur von dem Moment an gehorcht, wo ich zuerst das Rauschen ihres Kleides hörte, so konnte sie nichts erlauscht haben, als den letzten Teil des Wortwechsels zwischen meiner Herrin und ihrem schurkischen Manne. Ich sagte mir zur Beruhigung, dass die inhaltsschweren Worte ihre neue Frau wahrscheinlich ausgesprochen wurden, ehe sie sich an die Tür geschlichen hatte. Sobald das Feuer brannte und das Bett in Ordnung war, ging ich in den Musik Salon zurück, um Herrn Smith zu melden, dass seine Befehle ausgeführt wären. Ich fand ihn mit großen Schritten im Zimmer auf und ab gehen, den Hut hatte er immer noch auf dem Kopf Ohne ein Wort zu sagen, folgte Als ich ihm das Gewünschte brachte, fand ich ihn beschäftigt, eine kleine Reisetasche, die er mitgebracht hatte, auszupacken. Er schien meinen Eintritt nicht zu bemerken, und ich verließ das Zimmer wieder, ohne eine Silbe mit ihm gesprochen zu haben. Ende von Abschnitt 6 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 7 von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Nacht verging ohne Störung. Am nächsten Morgen hörte ich, dass meine Herrin einen schlimmen Nervenzufall gehabt habe und unfähig sei, das Bett zu verlassen. Da ich wußte, was sie die vergangene Nacht erfahren und erduldet hatte, setzte mich das eben nicht in Verwunderung. Gegen 9 Uhr trug ich heißes Wasser nach der roten Stube. Nachdem ich zweimal geklopft und keine Antwort erhalten hatte, versuchte ich, die Tür zu öffnen. Sie war nicht verschlossen und ich trat mit dem Krug in der Hand ein. Mein erster Blick fiel auf das Bett. Einen zweiten ließ ich durch das Zimmer schweifen. Ich sah nirgends eine Spur von Herrn James Smith. Das Bett war allem Anschein nach gebraucht. Auf dem Fußende lag das Nacht Kamisol, das er getragen hatte. Ich nahm es in die Hand und bemerkte einige dunkle Flecken darauf. Als ich sie genauer ins Auge faßte, sah ich, dass es Blutflecken waren. In der ersten Bestürzung und Unruhe, welche diese Entdeckung in mir hervorrief, verlor ich einen Augenblick die klare Besinnung. Ohne Recht zu wissen, was ich tat, eilte ich in das Dienstbotenzimmer und erzählte, was ich soeben entdeckt hatte. Sämtliche Domestiken eilten stehenden Fußes nach dem roten Zimmer, unter ihnen Josephine. Der Ausdruck, den ihr Gesicht annahm, als sie das blutige Nachtkamisol und das leere Zimmer erblickte, brachte sie nach einem Augenblick der Verwunderung ihre ganze Selbstbeherrschung wiedergewann. Ein Strahl von wirklich teuflischer Freude brach aus ihren schwarzen Augen und sie verließ sofort das Zimmer, ohne ein Wort mit einem von uns zu sprechen. Ihr Benehmen erregte mein Misstrauen, aber wie die Folge lehren wird, war ich dennoch weit davon entfernt, den ganzen Umfang ihrer Bosheit zu ahnen. Als ich mich ein wenig gefasst hatte, schickte ich alle, mit Ausnahme des Kutschers hinaus, um den Schauplatz des rätselhaften Verschwindens in Augenschein zu nehmen. Das rote Zimmer war das gewöhnliche Gastzimmer. Es lag im Erdgeschoss des Hauses, die Fenster gingen nach dem Garten hin. Wir fanden die Fensterläden, die ich am Abend vorher eigenhändig geschlossen hatte, offen, die Fenster selbst aber geschlossen. Das Feuer schien längst ausgegangen, denn das Kamingitter war kalt. Von der Flasche Brandy, welche ich am Abend voll in sein Zimmer gebracht hatte, fehlte die Hälfte. Von irgendeiner Gewalttat oder einem Kampfe war keine Spur zu finden, obwohl wir die genauesten Nachforschungen hielten und jeden Winkel durchspähten. Der kleine Reisesack des Herrn Smith fehlte. Als ich in das Domestikenzimmer zurückkehrte, empfingen mich schlechte Nachrichten in Bezug auf das Befinden meiner Herrin. Der ungewöhnliche Rumor und Lärm, welcher infolge meiner Entdeckung im Hause entstanden, war bis zu ihr gedrungen. Sie hatte nach der Ursache gefragt, und man hatte ihr mitgeteilt, was vorgefallen. In dem angegriffenen Zustande, in dem sie sich befand, hatte ihr die Nachricht eine tiefe Ohnmacht zugezogen, man hatte sie nur mit Mühe wieder zum Bewusstsein gebracht, und sie war nun ganz außer Stande, in der Sache irgendeinen Schritt zu tun, oder auch nur einen Befehl zu geben. In der Hoffnung, dass sie sich so weit erholen werde, um mich ihre Willensmeinung wissen zu lassen, wartete ich bis Mittag, indessen ich wartete vergeblich, und Wien war die passende Person, den Auftrag zu übernehmen, aber als ich nach ihr fragte, war sie nirgends zu finden. Das Hausmädchen, das nach ihr suchte, brachte die Nachricht, dass weder ihr Hut noch ihr Schal an dem gewöhnlichen Platze hingen, dass sie also ausgegangen sein müsse. Das Stubenmädchen, welches sich im Vorzimmer unserer Herrin aufgehalten hatte, kam eben herunter und fand uns überdies neue rätselhafte Verschwinden eines Menschen in voller Bestürzung. Sie sagte uns, dass Josephine sie gebeten habe, diesen Morgen ihren Dienst bei der Lady zu versehen, weil sie selbst sich nicht wohl befinde. Sie war nicht wohl und dennoch hatte sie das Haus verlassen. Ich verbot dem Mädchen aufs strengste ihrer Herrin etwas von diesem neuen Vorfall zu sagen und ging einverstanden sei, wenn ich in ihrem Namen an ihren Anwalt in London schriebe, um ihm alle Vorgänge der letzten Tage mitzuteilen und dann zu dem nächsten Friedensrichter ginge, um ihm ebenfalls Anzeige zu machen. Ich hätte ihr diese Frage ebenso gut durch das Mädchen vorlegen lassen können, aber obgleich von Natur nicht misstrauisch fing ich doch an, jeden Menschen mit Erkund zu betrachten, mochte er es verdienen oder nicht. So brachte ich also meine Frage selbst an. Ich blieb dabei draußen stehen und sprach durch die Tür mit meiner Herrin und sie antwortete mir ebenso. Sie dankte mir mit schwacher Stimme und bat mich sogleich zu tun, wie ich gesagt. Ich ging nun augenblicklich in meine eigene Stube, schrieb an den Anwalt und erzählte ihm ausführlich wie Herr Smith ganz unvermutet angekommen und welche Szene infolgedessen stattgefunden. Ich meldete ihm so dann die heutigen Vorfälle und bat ihn, so schnell als möglich nach Derock Hall zu eilen. Nachdem mich diesen Brief geschlossen, sendete ich sogleich den Kutscher damit ab und trug ihm auf, den nach London fahrenden Postwagen abzuwarten, um ihm die Depesche mitzugeben, so dass sie ohne Verzug bestellt würde. Meine nächste Aufgabe war nun einen Friedensrichter aufzusuchen. Der nächste wohnte etwa fünf Meilen von Derock Hall und dieser war zugleich ein persönlicher Bekannter meiner Lady. Er war ein alter Junggesell und lebte mit seinem Bruder einem Witwer in dem selben Hause. Beide Männer waren wegen ihrer milde Gerechtigkeit und namentlich ihre Güte gegen die Armen allgemein beliebt in der Gegend. Der Friedensrichter hieß Robert Nicholson, sein Bruder, der Witwer, führte den Namen Philipp. Ich wollte eben meinen Hut aufsetzen und besprach mit dem Reitknecht, welches Pferd ich nehmen sollte, als ein offener Wagen in den Hof fuhr. Darin saßen Herr Philipp Nicholson und zwei Männer, aus denen ich nicht recht klug werden konnte, denn sie sahen weder wie Herren aus, noch wie Diener. Herr Philipp sah mich, als ich zu ihm trat und den Hut abnahm, ungewöhnlich streng und forschend an, dann fragte er mich nach Frau Smith. Ich sagte ihm, dass sie krank wäre und zu Bett liege. Als er das hörte, schüttelte er den Kopf und sagte dann, dass er ein Gespräch unter vier Augen mit mir wünsche. Ich führte ihn nach der Bibliothek. Einer der vorhin erwähnten Männer folgte uns und setzte sich in der Halle nieder. Der andere blieb im Wagen. Ich war eben im Begriff, mich wegen eines sonderbaren Falles zu ihrem Herrn Bruder zu begeben, sagte ich, indem ich ihm einen Stuhl hinsetzte. Ich weiß, was Sie meinen, und erbrach mich Herrn Nicholson kurz, beinahe hart, aber ich muss Sie aus Gründen, die sich später entwickeln werden, bitten, mir nichts weiter mitzuteilen, bis Sie mich gehört haben. Ich bin hier in einer sehr ernsten Angelegenheit, die Ihre Herrin und Sie direkt berührt. Die Miene des Mannes kündigte bei diesem Eingang etwas noch Schlimmeres an als seine Worte. Mein Herz fing an, stärker zu klopfen, und ich fühlte, dass ich blass wurde. Ihr Herr, fuhr er fort, kam gestern Abend ganz unerwartet zurück und schlief diese Nacht hier im Hause. Ehe er sich in sein Zimmer zurückzog, hatte er mit Frau Smith einen heftigen Wortwechsel, welcher, wie ich mit Bedauern höre, mit ernsten Drohungen von Seiten der Lady gegen ihren Mann endigte. Die Eheleute schliefen getrennt in verschiedenen Zimmern. Diesen Morgen kamen sie in die Stube ihres Herrn und fanden ihn nicht. Nur sein Nachtkamisol war vorhanden und dieses zeigte Blutflecken. Ja, Herr, entgegnete ich so ruhig, als ich vermochte, so ist es. Ich habe nur vorläufig den Tatbestand aufzunehmen, dessen Wahrheit sie dann vor meinem Bruder zugeben oder bestreiten mögen. Das klingt ja, als wäre ich angeklagt, entgegnete ich. Man vermutet, daß Herr Smith ermordet ist, lautete die Antwort. Ich erzitterte bei diesen Worten von Kopf bis zu den Füßen. Ich versuchte zu sprechen, aber das Wort starb mir auf den Lippen. Und es tut mir leid, ihnen sagen zu müssen, fuhr Herr Philipp fort, daß der Verdacht auf ihre Herrin und sie fällt. Es würde vergeblich sein, wenn ich versuchte zu beschreiben, was ich bei dieser entsetzlichen Anklage fühlte. Ich stand wie versteinert und starrte Herrn Philipp an, ohne ein Wort zu sprechen. Ja, es schien mir, als stünde selbst mein Atem still. Wenn er oder ein anderer mich in diesem Moment geschlagen hätte, ich glaube, ich hätte es kaum gefühlt. Wir beide, mein Bruder und ich, fuhr Herr Philipp fort, hegen indessen eine so hohe Achtung für ihre Herrin und halten uns so fest überzeugt, dass es ihr gelingen wird, ihrer Unschuld zu beweisen, dass wir ihr gerne jede mögliche Erleichterung und Schonung angedeihen lassen möchten. Ich bin deshalb selbst mit den beiden Männern herüber gekommen, die den Auftrag haben, die Verhaftsbefehle meines Bruders zu vollstrecken. Verhaftsbefehle, Herr, rief ich jetzt, die Sprache wiedergewinnen, einen Verhaftsbefehl gegen meine Herrin? Gegen Frau Smith und sie, sagte Herr Philipp. Sie und die Lady sind durch eine Zeugin, die ihre Aussage beschworen hat, des Verbrechens angeklagt. Wer ist diese Zeugin? fragte ich. Die französische Kammerfrau der Lady. Sie kam heute Morgen zu meinem Bruder und hat ihre Aussage in legaler Form niedergelegt. ist falsch, schrie ich leidenschaftlich. Jedes Wort, das sie gegen Frau Smith und mich aussagt, ist eine Lüge. Ich hoffe, nein, ich gehe noch weiter, ich glaube, dass es so ist, sagte Herr Philipp, aber die Lüge muss bewiesen, die Untersuchung muss eingeleitet werden. Mein Wagen fährt zurück und sie werden in Begleitung des Mannes, der den Verhaftsbefehl gegen sie zu exekutieren hat, davon Gebrauch machen. Ich meines Teils will mit dem anderen Mannes, der in der Halle wartet, hier bleiben und jedenfalls den Arzt sprechen, ehe wir zur Verhaftung der Lady schreiten. Oh, meine arme Herrin, rief ich, sie wird das nicht überleben. Seien sie überzeugt, dass ich alles tun werde, um den Schlag, der sie trifft, zu mildern, sagte Herr Philipp. die höchste Achtung und Teilnahme für Frau Smith. Ich verspreche Ihnen, dass ihr jede mögliche Rücksicht und Erleichterung zuteil werden soll. In Herrn Philips Stimme hörte ich, wie ernst er es mit diesem Versprechen meinte, und es war ein, wenn auch noch so schwacher Lichtstrahl in dem Unglück, das über Darock Hall hereingebrochen war. Ich fühlte mich ihm dankbar dafür, empfand zugleich einen brennenden Hass in mir gegen die Person, welche meine Herrin und mich in diese Lage gebracht hatte. Übrigens kam ich mir vor, wie ein Mann, der vom Blitze betäubt seine Besinnung noch nicht ganz wieder gewonnen hat. Herr Philipp war genötigt, mich zu erinnern, dass die Zeit kostbar wäre und dass es geraten sein würde, wenn ich von seinem freundlichen Anerbieten bezüglich des Wagens sofort Gebrauch zu legen, als ich mich umdrehte, um zu gehen. Ich vermochte kaum die Tür zu finden. Herr Philipp öffnete sie für mich und sagte mir einige freundliche Worte, die ich nur halb hörte. Der Mann, der in der Halle wartete, brachte mich bis an den Wagen zu seinem dort wartenden Kollegen. Ich stieg ein und fuhr davon. Zum ersten Mal im Leben ein Gefangener. Auf dem Wege benutzte ich die zurückkehrende Besinnung, um darüber nachzudenken, was Josephine zu dieser nichtswürdigen Anklage veranlasst haben könnte. Ihre Worte, ihre Blicke und ihr ganzes Benehmen an jenem unglücklichen Tage, als meine Herrin sich so weit vergessen hatte, sie zu schlagen, kam mir wieder ins Gedächtnis und ich musste mich schließlich überzeugt halten, dass Rache für die ihr damals widerfahrenen Unbill wenigstens zum Teil das Motiv zu ihrer Tat gegeben habe. Das erklärte aber nur ihr teuflisches Beginnen gegen Frau Smith, nicht gegen mich. Was hatte ich ihr getan, dass sie mich anklagte? Vergebens zerbrach ich mir den Kopf, um auf diese Frage eine Antwort zu suchen. Ich vermochte, so weit mein Gedächtnis reichte, nicht den kleinsten Punkt aufzufinden, der mir einiges Licht gegeben hätte. Ende von Abschnitt Sieben Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt Acht von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Bald nach meiner Ankunft wurde ich vor Herrn Robert Nicholson geführt und der Französin gegenübergestellt. Der Anblick ihres Gesichts, auf dem sich ein abscheulicher Triumph spiegelte, war mir so unangenehm, dass ich den Kopf abwendete und sie während der ganzen Zeit über nicht weiter ansah. Aber ich lauschte mit beinahe atemloser Aufmerksamkeit auf ihre Aussage und war entsetzt über die Geschicklichkeit, mit welcher sie Wahrheit und Dichtung verwebte, um daraus eine Anklage gegen meine Herrin und mich zu schmieden. Nachdem sie die unerwartete Ankunft des Herrn James Smith in Derock Hall geschildert, gestand die Zeugin Josephine Durand, dass sie an der Tür des Musikzimmers gehorcht und gehört habe, was man darin mit lauter Stimme gesprochen. Sie gab nun den letzten Teil des Wortwechsels zwischen den Eheleuten ziemlich getreu wieder und erzählte dann weiter, dass sie nach diesen Vorgängen gefürchtet, es könnte etwas Schlimmes passieren und deshalb wachend in ihrer Stube sitzen geblieben sei, die in demselben Stockwerke mit den Zimmern ihrer Herrin lag. Zwischen zwei und drei Uhr morgens hätte sie leise die Tür der letzten öffnen hören und Frau Smith, die in der Hand eine kleine Lampe trug, heraustreten sehen. Unbemerkt wäre sie ihr den Korridor entlang und die Treppe hinab in die Halle gefolgt, wo sie sich in der Portiers Loge versteckt und von da aus gesehen habe, wie die Lady nach dem roten Zimmer gegangen sei, einen Dolch in einer grünen Scheide in der Hand haltend. Sie hätte sie dann immer unbemerkt weiter begleitet und wahrgenommen, wie diese leise die Tür des roten Zimmers geöffnet habe und eingetreten sei, nachdem die lange hörbaren Atemzüge des Herrn Smithy überzeugt, dass er schlafe. Sie selbst, Josephine, wäre dann in ein und eine Viertelstunde auf die Rückkehr der Lady gewartet, bis diese endlich wieder mit dem Dolch in der Hand heraus gekommen und nun nach meinem Zimmer gegangen sei. Sie hatte, wie sie vorgab, das Klopfen an meine Tür und darauf meine Antwort gehört, hatte das Versteck in der Portiersloge wieder eingenommen und von da aus beobachtet, wie wir beide, meine Herrin und ich, in das rote Zimmer eintraten, dessen Tür wir ermordet zu werden, hätte sie, die Zeugin, nun nicht weiter gewagt zu lauschen, sondern sich in ihr Zimmer zurück geschlichen, wo sie bis zum Morgen geblieben wäre. Nachdem die Französin die Wahrheit dieser Aussage durch einen Eid bekräftigt, sprach sie ihre Überzeugung aus, dass Herr James Smith von seiner Frau ermordet und dass ich ihr Mitschuldiger sei. Befragt, ob sie einen Grund zu dieser entsetzlichen Tat wisse, gab sie an, dass Herr Mieg der Liebhaber ihrer Herrin gewesen sei, dass Herr Smith ihm das Haus verboten, ihn des ungeachtet, aber bei seiner Rückkehr allein bei seiner Frau gefunden habe. Auch hier mischte sie geschickt ein Körnchen Wahrheit unter die Lüge. Sie erwähnte unter anderem den Besuch meiner Herrin im Pfarrhause und ich musste selbst zugestehen, dass üblichen Weise verhört und gefragt, ob ich etwas zur Berichtigung der gegen mich erhobenen Beschuldigungen zu sagen habe. Ich antwortete, dass ich unschuldig wäre, dass ich mich aber nicht verteidigen würde, bis ich einen Advokaten zum Beistand hätte. Damit war das erste Verhör vorüber und man brachte mich aufs Neue in Gewahrsam. Drei Tage später wurde Frau Smith in ähnlicher Weise vernommen. Ich durfte zwar nicht mit ihr in Verbindung treten, aber ich erfuhr, dass der Londoner Advokat zu ihrem Beistande herbeigeeilt sei. Gegen Abend besuchte der Anwalt auch mich. Ich fragte ihn nach dem Befinden der Lady. Er schüttelte besorgt den Kopf. Ich fürchte, sagte er, dass die schreckliche Lage, in die jenes nichtswürdige Weib sie versetzt, ernste und verderbliche Folgen gebracht. Sie war durch die vorhergegangene Aufregung bereits sehr geschwächt, und der letzte Schlag, so schonend Herr Nicholson auch verfuhr, scheint ihre Kraft vollends gebrochen zu haben. Ihr Verhalten im heutigen Verhör war ein ganz eigentümliches. Sie beantwortete alle an sie gestellten Fragen bestimmt und klar, aber beinahe mechanisch. Gesicht, Ton, Sprache und Manieren blieben Verändert von Anfang des Verhörs bis zum Ende. Mit einem Worte, sie zeigte nicht eine Spur von Gefühl oder Bewegung. Es ist schlimm, William, wenn Frauen in solchen Lagen der Trost der Tränen versagt ist, und ihre Herrin hat keine Tränen vergossen, seit sie Darrow Cole verließ. Aber wenn meine Aussagen nicht genügten, Josephine Durand der Lüge zu bezichtigen, so werden doch die Zerrissen haben, sagte ich. Das könnte nur durch den Beweis geschehen, dass Herr Smith nicht ermordet ist, sondern lebt, entgegnete der Anwalt. Offen gesprochen, ich glaube, dass der Richter moralisch ebenso wie wir überzeugt ist, dass die Französin einen falschen Eid geschworen hat. Moralisch ist er auch überzeugt, dass die Lady die Wahrheit spricht, wenn sie sagt, dass die Worte, die sie unglücklicherweise brauchte, tun sie, was Herr Smith wünscht, es ist jedenfalls der letzte Befehl, den er ihnen zu geben hat, nur ihre Absicht andeuteten, am anderen Morgen mit ihnen nach London zu reisen, um sich unter meinen Schutz zu stellen. Herr Nicholson weiß das und glaubt es, und ich, der ich ein wenig besser unterrichtet bin als er, ich behaupte sogar, dass Herr James Smith sich in der Stille der Nacht davon machte, weil er eine Anklage auf Bigamie fürchtete. Kann ich ihn aber nicht finden, kann ich nicht beweisen, dass er lebt, lassen sich vor allen Dingen die Blutflecke im Nacht Kamisol nicht erklären, so bleiben die heftigen Worte der Lady, die unangenehmen Szenen, die schon früher zwischen den Eheleuten vorkamen, der verbotene Verkehr mit Herrn Meek, also ebenso viele Beweise gegen sie stehen, und der Richter kann dann nichts tun, als sie beide festzuhalten und die Sache ihren Gang gehen zu lassen. Glauben Sie wirklich, Herr, dass er zögern könnte, sich selbst zu melden, wenn er erfährt, unter welche furchtbare Anklage sein Verschwinden die Lady gebracht hat? fragte ich. Ich weiß wohl, dass er ein herzloser Mensch ist, aber ich will nicht voraussetzen, dass er dazu Schurke genug wäre, wenn ihn die Sache nicht selbst in Gefahr brächte, entgegnete der Anwalt. Aber bedenken Sie, dass er fürchten muss, wegen Bigamie zur Untersuchung gezogen zu werden, sobald man seiner Habhaft wird. Ich hatte diesen Umstand einen Moment außer Acht gelassen, und das Herz sank mir nun gewaltig, als der Advokat mich daran erinnerte. Ich wusste nichts mehr zu sagen. Die Sache sieht sehr ernst aus, fuhr der Anwalt fort. Es ist ein Vergehen gegen die Gesetze des Landes, diesem Manne einen Kompromiss anzubieten. Da wir einmal um die Sache wissen, so ist es unsere Pflicht, als gute Staatsbürger alles zu tun, um ihn zur Bestrafung zu bringen. Ich sage Ihnen offen, dass ich, wenn ich Ihrer Lady nicht als Verwandter und Freund ebenso gut wie als Anwalt zur Seite stünde, mich zweimal besinnen würde, ehe ich das Risiko unternehme, das ich jetzt zu ihrem Besten zu unternehmen gedenke. Ich will also, damit ich es kurz sage, Maßregeln ergreifen, um Herrn James Smith zu versichern, dass wir ihn um der an, vorausgesetzt, dass wir ihn auffinden. Die Nachsuchungen in der Nachbarschaft sind ganz vergeblich gewesen. Ich habe heute Privat Instruktionen an Herrn Dark gesandt und zugleich ein sehr vorsichtig gehaltenes Inserat für die Zeitungen, das nur Herr Smith selbst verstehen kann. Sie dürfen sich überhaupt darauf verlassen, dass jedes mögliche Mittel, ihn aufzufinden, versucht werden wird. Zugleich habe ich auch noch eine wichtige Frage in Bezug auf die Französin an sie zu richten. Ich vermute fast, dass sie mehr weiß, als wir glauben, ja, dass sie das Geheimnis der zweiten Ehe erlauscht hat und es, sobald es ihr gut düngt, gegen uns gebrauchen wird. Indessen das wird sich finden. Jetzt sagen sie mir nur, welches Motiv die Unglückliche zu dieser entsetzlichen Anklage haben könnte. Ich erzählte ihm von jenem Vorfall und dem Benehmen Josephines, als sie mir ihre von dem Schlage gerötete Wange gezeigt hatte. Das wäre allerdings ein Grund zur Rache für eine Natur wie die Ehrige, sagte er, aber ist das alles, mischt sich nicht vielleicht noch ein anderes Interesse in das der Rache, könnte nicht zum Beispiel Eigennutz ins Spiel kommen, denken Sie nach William, vielleicht besinnen Sie sich auf etwas, das uns auf die Spur ihrer Motive bringt. Jetzt kam mir der Verlust an Taschentüchern und Schmuckgegenständen wieder ins Gedächtnis, über den sich meine Herrin beklagt, denen aber Ereignisse wichtigerer Art aus meinem Gedächtnis verdrängt hatten. Ich erzählte dem Anwalt von dem Vorfalle. Beargwöhnte ihre Herrin die Kammerfrau oder befragte sie dieselbe, forschte er eifrig. Nein, Herr, entgegnete ich. Ehe sie noch ein Wort sagen konnte, fragte Josephine ziemlich unverschämt, wen sie in Verdacht habe, und erbot sich, ihre Sachen durchsuchen zu lassen. Das Anwaltsgesicht wurde dunkelrot. Er sprang von seinem Stuhle auf und gab mir einen Schlag auf die Schulter, dass ich glaubte, er sei wahnsinnig geworden. Beim Jupiter William, rief er, jetzt haben wir den Satan bei den Hörnern. Ich sah ihn erstaunt an. Nun, Mann, sehen Sie nicht, um was es sich handelt, fuhr er fort, Josephine ist der Dieb, ich bin dieser Tatsache gewiß, die Französin hat recht gut gewusst, dass es für den Schuldigen der größte Vorteil ist, sich selbst zum Ankläger gegen den Beschädigten zu machen. Dies schlaue Verfahren etwas weiteres in der Sache zu tun und hat Josephine selbst in die günstige Stellung einer unverdächtigen Zeugin gebracht, während sie auf diese Weise zugleich Zeit gewann, das Gestohlene zu verbergen oder weg zu bringen. Guten Abend, William, lassen Sie den Mut nicht sinken. Es soll meine Schuld nicht sein, wenn wir die Französin nicht bald auf dem Platze sehen, der ihr gebührt, nämlich auf der zu dem Tage, wo ein neues Verhör stattfand. Bei dieser Gelegenheit sah ich auch zum ersten Male seit jenem unglücklichen Abend meine Herrin und ich gestehe, dass ich über ihren Anblick erschrak. Ihr Gesicht war so bleich und mager geworden, dass sie aussah wie eine alte Frau. Auch die stumpfe Resignation des Ausdrucks war besorgniserregend. Nur als sie mich erblickte, gewann ihr Auge einen Moment leben. Ich bin sehr, sehr betrübt um ihretwillen, William, flüsterte sie, aber einen Moment später hatte ihr Gesicht den früheren, gleichgültigen Ausdruck wieder angenommen. Mit vorgeneigtem Kopf saß sie beinahe wie geistesabwesend da und sah so hoffnungslos, so ganz verändert aus, dass ihre ältesten Freunde sie kaum erkannt hätten. Das Verhör, das wir an diesem Tage bestanden war eine reine Form, denn es ergab weder einen neuen Beweis für noch gegen uns und schließlich wurden wir in unsere Gefängnisse zurückgeführt. Ende von Abschnitt Acht Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt Neun von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Beim dritten Verhöre, das wir acht Tage später zu bestehen hatten, bemerkte ich einige Gesichter im Gerichtszimmer, die ich vorher nicht gesehen hatte. Die früheren Verhandlungen waren so geheim als möglich gehalten worden, und so war ich nicht wenig erstaunt, diesmal zwei Domestiken von Derock Hall und mehrere Einwohner des Kirchspiels anwesend zu sehen. Sie waren sämtlich auf der einen Seite des Gerichtslokals platziert. Auf der entgegengesetzten Seite, nahe der Tür, stand mein alter Bekannter, Herr Dag, mit seiner großen Schnuff-Tabaksdose, seinem lächelnden Gesicht und den zwinkernden Augen. Er nickte mir, als ich ihn ansah, so freundlich und lustig zu, als befänden wir uns in der heitersten Lage. Die Französin, welche vorgefordert war, um ihre Aussage zu wiederholen, saß der Zeugenbank gegenüber auf einem Stuhl, in derselben Reihe mit Frau Smith, deren Aussehen, wie ich mit Schmerz bemerkte, sich um nichts gebessert hatte. Ihr zur Seite saß ihr Anwalt, und ich stand hinter ihrem Stuhle. Kaum sahen wir uns in dieser Weise im Zimmer postiert, als der Richter Robert Nicholson mit seinem Bruder erschien und, vielleicht war es nur Einbildung, ich glaubte, in ihren Gesichtern zu sehen, dass seit dem letzten Verhör etwas Wichtiges vorgefallen sein musste. Die früheren Aussagen Josephines wurden nun von den Protokollanten vorgelesen und sie befragt, ob sie etwas hinzuzufügen habe. Sie antwortete verneinend. Dann fragte der Richter den Anwalt der Angeklagten Frau Smith, ob er vielleicht einen Entlastungszeugen vorzuschlagen habe. Allerdings habe ich einen solchen, entgegnete der Anwalt, indem er aufstand, und ich bitte, denselben hören zu wollen. Wo ist dieser Zeuge? fragte der Richter, während er die Französin scharf ansah. Ganz in der Nähe, entgegnete Herr Dark, indem er die Tür öffnete. Er verließ das Zimmer, kehrte aber im nächsten Moment zurück und ließ den fraglichen Zeugen eintreten. Bei seinem Anblick fühlte ich mein Herz einen Moment stillstehen. Es war Herr James Smith, nur die langen Haare waren kurzgeschnitten und der starke schwarze Backenbart war glatt wegrasiert. Die eiserne Natur der Französin widerstand dieser Überraschung mit bewundernswürdiger Stärke. Nur ihre dünnen Lippen pressten sich einen Moment noch fester zusammen. Einige Muskeln in ihrem Halse zuckten, sonst verriet nichts an ihr eine Bewegung. Selbst ihre gelbliche Gesichtsfarbe veränderte sich nicht einen Augenblick. Es ist nicht nötig, Herr, sagte der Anwalt, indem er sich zu Herrn Nicholson wandte, daß ich Zeit und Worte zur Rechtfertigung meiner Klientin verschwende. Der einzige, aber glänzendste Beweis ihrer Unschuld steht in der Person dieses Gentleman vor Ihnen. Es ist der angeblich ermordete Herr James Smith von Derock Hall, welchen ich die Ehre habe, Ihnen gesund und lebendig vorzustellen. Das ist nicht James Smith, rief Josephine mit ihrer scharfen, klaren Stimme. Dieser Mann ist ein Betrüger, ich bestreite, daß der vorgeführte Herr James Smith ist. Das steht Ihnen frei, entgegnete der Anwalt. Wir hingegen wollen seine Identität trotz allem beweisen. Der erste Zeuge, welcher aufgerufen wurde, war Herr Philipp Nicholson. Er konnte beschwören, daß er Herrn James Smith mehr als ein Dutzend Mal gesehen und gesprochen und erkannte den vor ihm stehenden Mann als denselbigen Herrn James Smith, obgleich derselbe durch das Abscheren der Haare und des Bartes ein wenig verändert war. Eine Verschwörung, rief die Französin, die Worte beinahe zwischen den Zähnen hervorzischend. Wenn Sie nicht schweigen, bin ich genötigt, Sie aus dem Saale entfernen zu lassen, sagte der Richter, und zu dem Anwalt gewendet, fuhr er fort, es wird die Verhandlung abkürzen, wenn Sie zuerst solche Zeugen vornehmen lassen, welche täglich Gelegenheit hatten, Herrn Smith zu sehen. Man führte nun einen Domestiken aus Derock Hall auf die Zeugenbank. Der Mann war offenbar verwirrt, durch die Veränderung, die nicht nur im Äußern seines Herrn, sondern in seinem ganzen Wesen bemerklich war. Ich muß zur Ehre des Herrn Smith gestehen, daß er, so nichtswürdig er auch von Charakter war, dennoch beschämt die Augen niederschlug, als er seiner unglücklichen Frau gegenüber stand, und der Diener, welcher gewöhnt war, seinen Herrn mit ungeduldig blitzenden Augen und hochmütigem Gesicht zu sehen, stammelte eine Entschuldigung, als er seine Identität beschwören sollte. Ich kann und seines verdachts auf ihn ruht. Er verbeugte sich bei diesen Worten vor Frau Smith, schwieg einen Moment und sah dann fragend nach Herrn James Smith. Ich habe bis jetzt vermieden, eine Bemerkung zu machen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Sache steht, die wir verhandeln, fuhr er fort. Jetzt indessen, da meine Pflicht nach dieser Seite hin erfüllt ist, kann ich nicht umhin meine Missbilligung über das Betragen des Herrn James Smith auszusprechen. Ein Betragen, das mögen die Beweggründe dazu sein, wie sie wollen. Geeignet war eine Lady von und eine andere Person von zwar geringem Stand, aber unzweifelhafter Rechtlichkeit zu kompromittieren und in falschen Verdacht zu bringen. Herr Smith hat die Freiheit, seine heimliche Entfernung von Derock Hall und die wunderliche Veränderung seines Äußern zu erklären. Es liegt keine legale Anklage gegen ihn vor, aber vom moralischen Standpunkt aus kann ich nicht verhehlen, dass er gewissenlos und in höchstem gerade verwerflich gehandelt hat. Auf diese scharfe Reprimand entgegnete Herr Smith, dem man ohne Zweifel die genaueste Weisung über sein Verhalten gegeben hatte, dass er gewünscht, durch sein Erscheinen hier einer Pflicht nachzukommen, dass er sich aber auch darauf beschränken werde. Es sei seine Pflicht gewesen, fuhr er fort, sich dem Gericht zu stellen und durch Zeugen seine Identität beweisen zu lassen. Nachdem er dieser Pflicht genügt, ziehe er vor, sich dem Tadel des Richters zu unterwerfen, statt sich auf Erklärungen einzulassen, durch die zugleich häusliche Verhältnisse der traurigsten Art preisgegeben würden. Dieser kurzen Erklärung hatte er nichts beizufügen, als die Bitte, sich zurückziehen zu dürfen. Die Erlaubnis wurde ihm erteilt. Als er quer durch das Zimmer schritt, blieb er in der Nähe seiner Frau stehen und sagte in flüsterndem Tone, ich habe Ihnen manche Sorge bereitet, aber dass es so weit kommen sollte, ist nicht meine Absicht gewesen. Ich beklage es sehr, glauben Sie mir das. Haben Sie mir noch etwas zu sagen, ehe ich gehe? Meine Herrin verbarg ihr Gesicht in den Händen. Er wartete einen Moment, da sie ihm indessen nicht antwortete, verbeugte er sich höflich und verließ das Zimmer. Ich wusste damals nicht, dass ich ihn zum letzten Male gesehen hatte. Nachdem er sich entfernt, wandte sich der Advokat an den Herrn Robert Nicholson und erklärte, dass er ihm in Bezug auf Josephine Durand eine Mitteilung zu machen habe. Bei der Nennung dieses Namens flüsterte Frau Smith ihrem Anwalt einige Worte zu, und dieser sah zu Herrn Philipp hinüber, welcher sogleich herbeikam, um der Lady seinen Arm zu bieten und sie aus dem Gerichtszimmer zu führen. Ich war eben im Begriff ihr zu folgen, als Herr Dark auf mich zukam und mich aufforderte, einige Minuten zu bleiben, um das Ende der Sache mit anzuhören. Der Richter gab nun Befehl, die Französin wieder ins Zimmer zu bringen. Sie trat so stolz und voll Selbstvertrauen sagte Herr Nicholson. Das meineides, rief Josephine mit einem boshaften Lachen. Nun wohl, dann habe ich auch noch eine Kleinigkeit vorzubringen. Sie denken, ich müsste mich auf Gnade und Ungnade ergeben. Bah, noch habe ich meine Waffen nicht verbraucht. Sie weiß von der zweiten Heirat, flüsterte Dark mir zu. Und in der Tat ließ sich das kaum noch bezweifeln. Sie hatte aller Wahrscheinlichkeit nach in jener Nacht, als Herr Smith zurückkam, bereits länger an der Tür gehorcht, als ich vorausgesetzt. Sie hatte die Worte ihre neue Frau gehört und vielleicht sogar den Effekt gesehen, den diese auf Herrn James Smith hervorgebracht hatten. Ich klage Josephine Durand gegenwärtig nicht des meines Eides an, sagte der Anwalt, sondern eines anderen Vergehens. Ich beschuldige sie, ihre Herrin zwei Armbänder, drei Ringe und ein und ein halbes Dutzend mit spitzenbesetzter Taschentücher gestohlen zu haben. Die fraglichen Gegenstände wurden diesen Morgen in der Matratze ihres Bettes gefunden. Ebenso ein Brief, welcher klar beweist, dass sie diese Gegenstände für ihr Eigentum ausgegeben und versucht hat, sie an einen Händler in London zu verkaufen. Während der Anwalt sprach, hatte Herr Dark die Schmuck Gegenstände, die Taschentücher und den Brief herbeigebracht und vor dem Richter ausgebreitet. Dieser Attacke hielt selbst die ungewöhnliche Selbstbeherrschung der Französin nicht stand. Bei den ersten Worten der unerwarteten Beschuldigung schlug sie die Hände heftig zusammen, knirschte mit den weißen Zähnen und sprudelte eine Flut von französischen Worten hervor, die ich nicht verstand und deren Inhalt ich deshalb nicht angeben kann. Ich denke, das setzt die Mamsell Schach matt, flüsterte Dark mit seinem Augenzwinkern. Ich glaube, William, sie gehen jetzt nach Derock Hall und besorgen einen Krug von dem bekannten alten Ale. Ich komme, sobald die Geschichte hier zu Ende ist. Ende von Abschnitt 9 Gelesen von Hokus Pokus Abschnitt 10 von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wenige Minuten später befand ich mich auf dem Wege nach Derock Hall. Endlich wieder ein freier Mann. Eine Viertelstunde nach mir traf Herr Dark ein und trank drei Gläser Ale auf meine Gesundheit, mein Glück und meine Zukunft. Nachdem er diese Zeremonie vollbracht, nickte er mir mit allen Zeichen großer Freude und ausnehmender Befriedigung zu. Ein prächtiger Fall, William, sagte er, indem er mit seinen dicken Händen auf die fetten Knie schlug. Ein ganz entzückender Fall. Was ist es doch für ein Vergnügen, bei einer so interessanten Angelegenheit tätig und mitwirkend zu sein. Ist es nicht so, William? Ich meinerseits hatte nun zwar von diesem berühmten Vergnügen eine andere Anschauung, aber ich wagte kaum dieselbe auszusprechen. Ich war zu begierig zu hören, auf welche Weise Herr James Smith aufgefunden und herbeigeschafft worden war, um mich auf Streitigkeiten einzulassen. Herr Dark erriet übrigens meine Wünsche. Er bat mich also, mich zu ihm zu setzen und fing an zu erzählen. Als ich von meinem Prinzipal Nachricht über das empfing, was ich hier zugetragen hatte, begann er, wunderte ich mich keinen Augenblick zu hören, dass Herr James Smith zurückgekommen war, aber ich erstaunte dennoch über die bedenkliche Wendung, welche die Dinge genommen hatten. Ich hatte nach allem, was ich hörte, keine große Hoffnung, unseren Mann aufzufinden, aber ich befolgte sogleich den Auftrag meines Prinzipals und ließ einen Aufruf in die öffentlichen Blätter einrücken, der zwar an Herrn James Smith adressiert, aber in Bezug auf die Sache, um die es sich handelte, sehr vorsichtig gehalten war. Zwei Tage später kam eine Zuschrift von weiblicher Hand in unser Geschäftsbüro. Da es mein Amt war, alle eingehenden Briefe zu öffnen, so erbrach ich auch diesen. Das Schreiben war kurz und rätselhaft. Es verlangte, dass eine Vertrauensperson aus unserem Büro nachmittags zwischen drei und vier Uhr in einem gewissen Hause erscheinen sollte, um nähere Auskunft über die Annonce zu geben, die wir hätten einrücken lassen. Natürlich war ich der Jemand, der dieser Einladung folgte. Nachdem ich das Haus glücklich gefunden, wurde ich in ein Zimmer geführt, wo ich eine ungewöhnlich schöne Frau auf einem Sofa liegend fand. Sie war in einen Morgenrock gekleidet und sah aus, als wäre sie eben von einer Krankheit erstanden. Ihr zur Seite lag ein Zeitungsblatt. Der Name meines Mannes ist James Smith, sagte sie, nachdem sie mir einen Stuhl ihrem Sofa gegenüber angewiesen hatte, und ich habe Gründe, es mir wünschenswert erscheinen zu lassen, zu wissen, ob er die gesuchte Persönlichkeit ist. Ich beschrieb unseren Mann als einen Herrn James Smith von Derock Hall in Cumberland. Den kenne ich nicht, entgegnete sie. Ich nannte nun den Namen der Jacht Herrn Smith und hatte das Vergnügen, sie überrascht vom Sofa auffahren zu sehen, auf dem sie lag. Ich glaube, sie haben sich in Schottland verheiratet, Madame, sagte ich. Sie wurde bleich wie Asche und sank auf das Sofa zurück. Es ist ohne Zweifel mein Mann, den sie suchen, flüsterte sie dann mit schwacher Stimme. Oh, sagen Sie mir, Herr, was passiert ist, was Sie von ihm wollen, hat er vielleicht Schulden? Ich dachte einen Moment nach über das, was ich zu tun hätte und beschloss endlich, ihr alles zu sagen, weil ich fürchtete, sie möchte ihrem Mann, wie sie ihn nannte, eine Warnung zukommen lassen, wenn ich sie dadurch erschreckte, dass sich die Sache als Geheimnis behandelte. Ich kann Ihnen aber sagen, William, dass die Szene ernsthaft wurde, als ich ihr die doppelte Verheiratung Herrn Smith mitteilte. Sie weinte, schrie, beschuldigte mich bald der Unwahrheit, bald der Grausamkeit und hielt mich auf diese Weise beinahe eine Stunde fest, hielt mich so lange fest, bis Herr James Smith selbst von seinem Ausgang zurückkam. Ich überlasse Ihnen zu beurteilen, ob das die Situation verbesserte. Er fand mich, wie ich die Schläfe der armen Frau mit Eau de Cologne und Wasser benetzte und hätte mich, so war, als ich hier sitze, zum Fenster hinausgeworfen, wenn ich ihn nicht gleich mit der Nachricht überrascht hätte, dass seine Frau des Mordes angeklagt und verhaftet wäre. Diese Mitteilung brachte ihn indessen sagte er, ich werde sogleich kommen und mit ihnen sprechen. Da ich wusste, dass er mir nicht durch die Fenster entwischen konnte und die Tür im Bereich meiner Augen lag, so tat ich ihm den Willen, ging und ließ ihn allein mit der Lady, welcher gegenüber er durchaus keinen leichten Stand hatte, wie ich im Nebenzimmer deutlich vernehmen konnte. Indessen hat alles in der Welt ein Ende und ein Mann von einigem Verstande machte mit einer Frau, die ihn liebt, doch was er will. Ich hörte bald, wie sie weinte und ihn küsste. Ich kann nicht nach Hause zurückkehren, schluchzte sie. Du hast gegen mich gehandelt wie ein Ungeheuer, aber ich kann dich nicht aufgeben. Oh, geh nicht wieder zu deiner Frau, geh nicht wieder zu ihr. Mach dir keine Sorgen darum, entgegnete er. Meine Frau würde mich kaum wieder haben wollen, selbst wenn ich käme. Nachdem er sie auf diese Weise beruhigt hatte, kam er endlich zu mir ins Zimmer, aber sobald er meiner ansichtig wurde, fing er an zu fluchen und sich und mich zu verwünschen, als ob das zu irgendetwas gut wäre. Verzeihen Sie, Herr, entgegnete ich, als sich zu Wort kam, lassen Sie uns erst das Geschäft abmachen und fluchen Sie dann, so viel es Ihnen nur irgend angenehm ist. Nach diesem Eingang, der seinen Effekt nicht verfehlte, bat ich ihn, er möchte mir das Vergnügen machen, mich nach Camberland zu begleiten. Er schien diesem Vorschlag anfänglich zu misstrauen, nachdem ich ihm aber gesagt, dass ich mich durch ein rechtsgültiges Dokument verpflichten wolle, ihn ohne allen Schaden durch den Prozess hindurch zu führen, ein Dokument, das natürlich keinen anderen Nutzen und Zweck hatte, als ihn zu beruhigen, und nachdem ich ihm die Gefahr vorgestellt, in der seine rechtmäßige Frau schwebte, willigte er endlich ein. Die zweite Frau, von der ich einigen Widerstand gegen mein Projekt erwartet hatte, fuhr Herr Darkford, war leichter zu bestimmen, als ich gehofft. Ich stellte ihr den Fall genauso vor, wie er lag, sagte ihr, dass Herrn James Smith erste Frau jedenfalls keinen Anspruch an ihren Mann erheben würde, und nachdem ich sie davon überzeugt, verbündete sie sich mit mir, um Herrn Smith auf seine Pflichten hinzuweisen. Sie sagte, dass sie die Herrin von Derock Hall von Grunde ihres Herzens bedauere, und mit dieser unerwarteten Hilfe hatte ich nun eben keine Furcht mehr, dass mein Mann seine Entschlüsse ändern möchte. Dennoch ließ ich der größeren Sicherheit wegen die Nacht über seine Tür bewachen. Am nächsten Morgen, als ich kam, um ihn abzuholen, fand ich ihn bereits fertig, und eine Viertelstunde später waren wir schon unterwegs. Wir machten die Reise per Expresspost, als auch der größeren Schnelligkeit wegen und wurden bald die besten Freunde. Ich erzählte ihm, wie wir ihm nach Schottland nachgereist waren, und er seinerseits teilte mir dafür die näheren Umstände seiner Rückkehr nach Derock Hall mit. Ich erfuhr also, dass Herr Smith mit Nr. 2 wirklich nach dem mittelländischen Meere segelte. Sie begaben sich anfänglich nach der spanischen Küste und gingen von dort nach kurzem Aufenthalt nach der französischen Seestadt Cannes. Dort sah Herr Smith ein Haus mit schönem Garten, das ihm für seine zweite Frau sehr passend schien. Da ihm aber zum Ankauf der Besitzung nichts fehlte als das Geld, so entschloss er sich, aus der Not eine Tugend zu machen, das heißt, auf dem Landwege zu seiner rechtmäßigen Gattin zurückzukehren und eine Attacke auf ihren Geldbeutel auszuführen. Nr. 2 hatte natürlich keine Lust, bis zur Rückkehr ihres Gatten allein in Frankreich zu bleiben und begleitete ihn bis London, wo er sie unter dem Vorgeben, dass er auf seinen Besitzungen in Lincolnshire Rente einkassieren müsse, dass aber sein Haus dort nicht zu ihrer Aufnahme geeignet sei, für einige Tage zurückließ. Kühn und keck brach er nun nach Derock Hall auf. Es war seine Absicht, die Besitzerin auf gütlichem Wege zur Herausgabe des nötigen Geldes zu bewegen, aber die Sache wurde von vornherein durch die Anwesenheit Herrn Meeks verdorben. Herr Smith ging an jenem Abend mit der unangenehmen Überzeugung zu Bett, dass er Flasche, aber je mehr er trank und nach sann, je mehr bemächtigte sich seiner die Besorgnis, dass seine Frau beabsichtigte, ihn wegen Bigamie zur Rechenschaft zu ziehen. Gegen Morgen endlich vermochte er diesen Gedanken nicht länger zu ertragen und er beschloss, sich der Rache der Gesetze durch die Flucht zu entziehen. Nachdem er sich angezogen hatte, fiel ihm ein, dass man einen Versuch machen könne, seiner habhaft zu werden, so nahm er jene Veränderungen seines äußeren Menschen vor, die heute vor Gericht unsere Zeugen in Bestürzung versetzten. Er öffnete also eilig seinen Toilettenkasten und schnitt sich das Haar und den Backenbart ab. Da das Feuer ausgegangen war, musste er sich mit kaltem Wasser rasieren. Infolgedessen und der Eile, in der er sich befand, verletzte er sich mit dem Messer und wischte das Blut an sein Nachtkamisol rief ich dazwischen. An sein Nachtkamisol wiederholte Herr Dark. Dasselbe lag ihm gerade zur Hand und er brauchte es ohne Bedenken. Damit war übrigens die Sache noch nicht zu Ende. Als er sein eigener Friseur und Barbier gewesen war, wußte er sich der Haare nicht zu entledigen. Das Feuer Er nahm also die Abfälle zusammen, wickelte sie in Papier und steckte sie in die Tasche, um sie in einiger Entfernung vom Hause wegzuwerfen. Dann nahm er die Reisetasche, mit der er gekommen, stieg zum Fenster hinaus, ließ dasselbe leise wieder hinter sich herunter und ging so schnell voran, als seine langen Beine es nur immer erlaubten. Auf der Straße fand er die Postkutsche und benutzte sie, um nach London zurückzukehren, wo er sich bald in einer neuen Verlegenheit fand. Frau Smith Nummer zwei befand sich in interessanten Umständen. Die Reise von einem Ende Frankreichs zum anderen war sehr anstrengend gewesen, und so hatte Herr Smith bei seiner Rückkehr die Überraschung, seine Frau im Bett zu finden, mit dem gemessenen Befehl des Arztes nicht aufzustehen, bis ihr Zustand sich gebessert hätte. Da ließ sich nun nichts tun, als Geduld haben. Der Flüchtling musste in London bleiben, und ihre Herrin William hat alle Ursache der jungen Frau dankbar zu sein, die uns so vortrefflich in die Hände gearbeitet hat. Und wie kamen sie zu dem abgeschnittenen Haar, das sie heute produzierten, fragte ich. Dafür sind wir Nummer zwei abermals dank schuldig, sagte Herr Dark. Als wir zuerst von der Annonce sprachen, die sie veranlasst hatte, sich an uns zu wenden, hatte ich den Einfall, sie zu fragen, was sie bewogen hätte, ihren Mann und jenen Herrn Smith, den wir suchten, für identisch zu halten. Mein Mann kam vor einigen Tagen mit abgeschnittenem Haar und Backenbart nach Hause, sagte sie, und da er mir für diese Entstellung seines Äußern keinen rechten Grund anzugeben wußte, argwöhnte ich, dass irgendetwas vorgefallen sein müsste, und ihre Aufforderung verstärkte den Argwohn. Als ich das hörte, schien es mir, obgleich ich Herrn Smith nicht kannte, sehr wahrscheinlich, dass er sich durch die Entfernung von Haar und Bart bis zur Unkenntlichkeit verändert habe, und ich fragte ihn deshalb vor unserer Abreise von London, wo er die Haare hingetan. Sie fanden sich in der Tasche seines Reiserocks, genau wie er sie hineingesteckt. Er hatte in der Verwirrung und Sorge vergessen, sie fortzuwerfen. Ich nahm das Paket an mich und sie haben gesehen, wie gut das war. Im ganzen William hat sich dieser vorzügliche Fall wunderbar gut abgewickelt, fuhr Herr Dark fort. Wir haben Herrn Smith genau zur rechten Zeit produziert und haben uns zur rechten Zeit seiner entledigt. Er wird mit Nummer zwei so schnell als möglich abreisen und sicherlich keinen Fuß wieder nach England setzen, wenn er so alt würde wie Methusalem. Mit großer Befriedigung hörte ich dann noch von Herrn Dark, dass meine Herrin voraussichtlich nichts mehr von der Französin zu befürchten hätte, trotz ihrer Drohungen. Dark hatte von Anfang an vermutet, dass Josephine das Geheimnis erlauscht, denn sie hätte seiner Meinung nach jene wahnsinnige Anklage gegen meine Herrin und mich gar nicht zu erheben gewagt, wenn sie nicht die Überzeugung gehabt, dass Herr Smith sich jedenfalls fernhalten müsse. Nur die Unmöglichkeit ihre Aussage zu beweisen, hatte sie seiner Meinung nach abgehalten, die zweite Heirat vor Gericht anzugeben. Hätte sie die Mittel des Beweises besessen, so würde sie ohne Zweifel davon Gebrauch gemacht haben, um meine Herrin durch die Drohung der Veröffentlichung in ihre Gewalt zu bekommen. Wie die Sache jetzt lag, war nichts mehr von ihr zu befürchten, mochte sie wissen, was sie wollte. Die Anklage des Diebstahls, unter Ansprechen, so konnte sie das in Botany Bay tun, aber sie hatte vorläufig nicht die mindeste Aussicht, vor einem Gerichtshof gehört zu werden. Aber was hatte ich ihr angetan, dass sie mich mit anklagte, fragte ich, nachdem mir Herr Dark die Lage der Sache erklärt. Sie haben ihr freilich nichts getan, und die Französin hat sie überhaupt nur in die Geschichte verwickelt, um dieselbe wahrscheinlicher zu machen, entgegnete Dark. Ihre Herrin musste natürlich einen Gehilfen gehabt haben, um den Toten beiseite zu bringen, und dieser Berechnung wurden sie geopfert. Aber ich denke, die Mamsell ist Schachmatt, fügte er hinzu, indem er aufstand und sich zum Gehen rüstete. In Bezug auf den Diebstahl hat sie sich übrigens nicht halb so gescheit benommen, wie ich ihr zugetraut dem sie bescheidenes Quartier im Dorfe nahm, um gleich bei der Hand zu sein, wenn man sie brauchte. Und so weit konnte nichts unschuldiger und respektvoller sein als sie. Aber dass sie das gestohlene Gut in ihrem Bette aufbewahrte, der erste Platz, wo ein nur einigermaßen erfahrener Mann nachsucht, das war so erstaunlich dumm, dass ich nicht weiß, wie ich es mir erklären soll. Jetzt sind ihre Hände und die Zunge gebunden. Empfehlen Sie mich ihrer Herrin Will und sagen Sie ihr, dass weder ihr liederlicher Mann noch ihr lügenhaftes diebisches Kammermädchen ihr je wieder einen Schaden zufügen werden. Sie hat nichts zu tun, als sich zu erholen und glücklich zu leben. Also auf ihre Gesundheit und auf die ihrige Will diesen letzten Schluck Ale. Mit diesen letzten Worten trank Herr Dark sein Glas aus, nahm eine große Prise, winkte mir ein letztes Mal mit seinen lustigen Augen und ging pfeifend davon, um den Londoner Postwagen zu erreichen. Ich, der ich meine arme Lady besser kannte als er, ich hatte wohl gesehen, dass ich ihr trüber, müder, teilnahmsloser Blick nicht aufgeklärt hatte, als ihre Unschuld an den Tag kam und sie freigesprochen wurde. Ich konnte die Zukunft nicht in so rosenfarbenem Lichte sehen wie Herr Dark, im Gegenteil, ich dachte mit bangen Ahnungen an Frau Smith. Andere, unter ihnen der Anwalt meinten, dass sie den Schlag mit der Zeit überwinden werde. Ich allein zweifelte von vornherein an ihrer Wiederherstellung. Bald nach Beendigung der traurigen Angelegenheit ging Frau Smith nach London, sowohl um Luft und Szene zu wechseln, wie um den besten Arzt bei der Hand zu haben. Von London schickte man sie ans Meer und von da ging sie nach ihren Besitzungen in Yorkshire. Ich begleitete sie nach allen diesen Orten und sah nur zu deutlich wie nutzlos alle Mühe war ihr Leben zu erhalten. Sie wurde schwächer und schwächer ohne sich mit einem Blicke einem Worte zu beklagen. Sie war stets geduldig, gütig und dankbar für jeden kleinsten Dienst, den man ihr leistete. Es sind seit jener trübseligen Zeit viele Jahre vergangen, aber die Erinnerung an jene Tage ist so lebendig in mir geblieben, dass ich noch stets die Fassung verliere, wenn ich in die Details aller dieser Dinge eingehe. Es ist darum besser, wenn ich mich möglichst kurz fasse und so schnell als möglich mit meiner Geschichte zu Ende aus dem Gefängnis entlassen wurde, ging ich hinter ihrer Leiche zum Kirchhof. Am Tage vor ihrem Hinscheiden ließ sie mich an ihr Bett kommen. Sie hatte während ihrer Krankheit niemals von den Unannehmlichkeiten der vergangenen Zeit gesprochen. Nur als sie für immer Abschied von mir nahm, erwähnte sie jene schrecklichen Tage. Wir haben damals schwere Prüfungen zusammen getragen, William, sagte sie, und wenn ich nicht mehr bin, werden sie sehen, dass ich ihren treuen Dienst nicht vergessen habe. Diese Worte bezogen sich auf ein Legat, welches sie mir in ihrem Testament ausgesetzt hatte. Es war eine große Summe Geld, zu viel vielleicht für einen Mann wie ich. Ich will damit nicht sagen, dass ich den Wert des Geldes nicht zu schätzen wüsste, im Gegenteil, ich beteuern, dass ich alles hingegeben haben würde, wenn ich damit meine Herrin Leben hätte retten können. Meine lange Geschichte ist jetzt so ziemlich zu Ende. Nur über mehrere Personen, welche darin eine Hauptrolle spielen, habe ich noch einige Worte zu sagen. Die Französin wurde des Diebstahls überwiesen und zur Transportation auf sieben Jahre verurteilt. Sie hielt diese Zeit nicht aus, sondern starb schon nach zwei Jahren. Auch Herr Miek lebte nicht mehr lange. Der arme kleine Mann war meiner Herrin in seiner Weise treu ergeben und die Er konnte sich nicht vergeben, dass er die erste, wenn auch unschuldige Ursache der unangenehmen Vorfälle in Derrock Hall gewesen war, und er beschloss darum, gleichsam zur Sühne, den Rest seines Lebens in guten Werken zu vollbringen. Zu diesem Zweck schloss er sich einer Missionsexpedition nach dem Kap der guten Hoffnung an, ein Beruf, zu dem er ungefähr so viel geschickt hatte, wie meine Katze, die dort hinter dem Ofen liegt, und er erreichte nicht einmal den Ort seiner Bestimmung, denn er litt unterwegs so heftig von der Seekrankheit, dass man ihn in Madeira ans Land setzen musste. Er hat sich ein Blutgefäß in der Brust zersprengt, er hielt sich aber in dem herrlichen Klima der Insel noch einige Zeit am Leben, dann ging er sanft und still hinüber in das Land der Verheißung. Er wurde auf dem englischen Kirchhof in Madeira begraben. Was Herrn James Smith betrifft, so lebte er noch manches Jahr mit seiner schottischen Ehehälfte. Jetzt ist auch er hingegangen, um seine Taten vor einem höheren Richterstuhle zu verantworten. Von den näheren Umständen seines Lebens und seines Todes habe ich nichts erfahren. Vor etwa sechs Monaten aber hörte ich von seiner Witwe. Sie hat sich wieder verheiratet und wohnt jetzt in London. Sie, ich und Herr Dark, der jetzt ein alter schwacher Mann ist, wir sind die letzten lebenden Zeugen jener Vorfälle in Derock Hall. Ich habe Herrn Dark bis jetzt alljährlich ein Geschenk mit einer Partie Schnupftabak gemacht und ihm dasselbe gewöhnlich selbst gebracht. Aber ich fand ihn das letzte Mal sehr stumpf geworden. Dennoch erinnerte er sich wie bei jedem meiner Besuche unserer Reise nach Schottland und des wunderbaren Falles, der das Ende davon war. Ende von Eine Ehestandstragödie von Wilkie Collins Übersetzt von Claire von Glümer Gelesen von Hokus Pokus